Ich hab immer gewusst, dass ich anders bin. Was Besonderes. Vielleicht außergewöhnlich talentiert. Ich war... Ah. Ah. Ah! Das war ein bisschen fest, weißt du? Ah! Was ist los? Du irrst dich, Kaius. Du bist kein Ceylon, sondern ein Mensch und Tod! Du bist kein Ceylon. Du bist kein Ceylon. Hallo, Phil. Hast du Zeit? Ich lief... Hallo. Cara Trace. Aua. Hallo, Ben. Ich hasse euch. Ich hasse Liadama. Ich hasse euch alle. Ja. Hallo zusammen. Liebe Grüße an Mario. Ja, Mario ist schon wieder nicht da. Leider wieder nicht aufgestellt. Der arbeitet zu viel. Ja. Oder er verdient zu wenig. Moment. Wow. Als hätten wir uns abgesprochen. Ich hoffe noch mehr. Noch mehr? Ja. Nein. Doch. Doch. Oh. Oh Gott. Mehr später in diesem Theater. Da sind wir wieder. Ohne Mario. Schon wieder. So kennt man uns. Zum dritten Mal in Folge. Was machen wir da? Ja, weiter so. Ja, Ben, ich glaube, wir haben, glaube ich, vergessen, irgendwie über einen Zwischenfilm zu sprechen. Kann das sein? Du wolltest das doch tracken. Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier live so bloß stelle. Aber guck doch mal nach, ob wir nicht ganz dringend über einen Film reden müssen. Wieso? Star Wars 9 kommt ja erst im Dezember. Razer, meinst du? Ja, irgendeiner von denen. Ich dachte, es gäbe einen, der mitten in der dritten Staffel besprochen werden sollte. Der Razer war schon in Staffel 2. Nein, wir haben das bis jetzt richtig gemacht. Das haben wir schon mehrmals diskutiert. Okay. Ja. Vor den Weppy-Voskern. Ja, redet weiter. Ich guck mal. Nö, wir warten. Jan, sag du doch mal was aus der Schweiz. Kannst du schon Schweizer Akzent? Schweizer Ditsch? Ja, damit macht man sich super beliebt. Eben, wenn das jemand hört, dann wäre ich abgeholt. Ach, du bist abgeholt. Ausgewiesen. Wirst du dann im See versenkt. Ja, das ist schlimmer, als wenn man sein Brot im Käsekonferenz verliert. Genau. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Was mir auch schon passiert ist, aber pssst. Also kein Schweizer Ditsch. Nein, nein, nein. Kommt überhaupt ins Start. Peut-être ein petit Français. Mhm. Ich denke schon. Der nächste halt. Die nächste Katastrophe. Was? Ach nee, der ist ja wieder von J.J. Abrams. Ach ja, genau. Dieses Jahr ist es wieder im Dezember dann soweit, oder? Ich denke schon. Vielleicht haben sie die auch inzwischen auf September gelegt oder so. Wer weiß. Star Wars. Mhm. Alles nur wegen Ben. Was? Ich bin eingeschlafen. Tut mir leid. Muss das alles schneiden. Ja, ist doch nicht schlimm. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Fällt gerade Star Wars, das Star Wars. Ben? Was sagen die ersten Berichte aus Zürich? Was? Was? Sag doch mal Ben. Ich gebe an meinen Korrespondenten Jan. Genau, das meinte ich. Hallo Tim. Hier aus Zürich melden wir, die Sonne ist schon untergegangen, die Nacht ist hereingebrochen und es ist verdächtig ruhig, wenn man sich die letzten zwei Wochen einhört. Ich glaube, wir müssen hier dieses Brett wegnehmen. Achso. Was? Das ist griechig, das ist nicht. Das ist vor allem die gleiche. So ist das viel lustiger. Oder? Das ist doch mit so Konzertbildern von Rammstein. Ja. Irgendwie müssen wir hier mehr Ordnung reinbringen. Ich wollte ja auch eigentlich nur... The First Order. The First Order heißt der Film. Siehste, haben wir noch nicht mal mehr gewusst, wie der heißt. 20. Dezember 2019. Star Wars. Der heißt The First Order? Nein, das war nur mein thematischer Übergang. Achso. Ordnung. The First Order. Ich dachte nicht, ob wir vorbeigehen. Ich hätte das jetzt auch geglaubt, wenn du es gesagt hättest. Also, wenn ich das hier richtig lese, dann heißt der Star Wars Episode 9. The First Order Second Try. Now with a bigger base. Der müsste ja was mit Return heißen. Return of the First Order. Nein, Return of... Wie hieß die groß angekündigte, nie etwas richtiges tun? Nein. Die in ihrer Glitzerrüstung. Captain of Han Solo? Ach, Captain Phasma. Achso, genau. Return of Captain Phasma. The fantastic adventure of Phasma. Unfassbar. Unfassbar wäre auch geil. Ja, was ist denn jetzt mit dem Film, Ben? Nein, wir haben nichts verpasst. Wir haben nichts verpasst. Gut, wir liegen noch gut im Zeitpunkt. Gott sei Dank. Wann müssen wir denn eintreten? Nach Staffel 3 kommt der erste Film. Siehste. Also, nach dem Plan, nach dem ich mich damals orientiert habe. Keine Ahnung, ob der stimmt. Ja. Ich fand's aber sinnig. Raider kommt dann. Ich hatte nur noch im Kopf, dass nichts vor den Web-Pisodes kam. No. Chronologisch passt dieser Film in Staffel 2 zwischen die Episoden. Das ist richtig, aber er spoilert dir Inhalte von Staffel 3. Ach, das war der Teil, den wir schon mal geklärt haben. Genau. Deswegen sollte man ihn eigentlich nach Staffel 3 ... Okay. Also, das Geile ist, die Liste, die ich benutzt habe, sagt, man soll nach Staffel 2 oder mittendrin Razer gucken, aber bei den letzten zehn Minuten dann ausmachen und die erst nach Staffel 3 gucken. Also, das ist sowas wie die Machete-Order. Genau. Bei den Star-Wars-Filmen. Nee, nee. Unfassbar. Aber so machen wir das nicht, weil das ist ja jetzt zu spät, sondern wir gucken ihn dann am Stück. Nach drei. Genau. Gut. Dann haben wir das geklärt. Die Zuhörer können das bestätigen und uns darauf hinweisen, wenn wir es nach Staffel 3 vergessen. Wir vergessen das natürlich. Ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt raus. Und ich glaube, wir fangen jetzt langsam mal an mit der neuen Episode, denn sonst plappern wir nur. Oder Trüberbrook. Lauter Unfug. Oder das. Oder sagen einfach nichts. Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche heißt die nächste Folge. Peitsche. Oh, ich habe heute auch übrigens mal Pop-Shots dran. Sehr gut, sehr gut. Folgentitel wie gemacht im Podcast. Dann sag du doch mit dem Pop-Shots nochmal Zuckerbrot und Peitsche, Jan. Taking a break from all your worries. Das war nämlich der englische Titel und wäre auch ohne Pop-Shots gegangen. Ist am 28. Januar 2007 in den USA on Air gegangen und am 15. Februar 2008, also ein Jahr und einen Monat später in Deutschland. So lang. Die Regie führte der Eddie Jim, also Edward James Olmos. Olmos. Und zwar ist es seine zweite Regie. Nach der ersten, die da hieß, Time Me Up, Time Me Down, immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Nein. Staffel 1, ja. Die komödienartige Folge mit dem Abendessen mit Alan und der Untersuchung der Bombe, des Zylonen-Detektors. Ach, und dem guten Wortspiel, Time Me Up, Time Me Down. Genau. Verstehe. Wo sie am Ende, wo das alles drauf zuläuft, dass sie alle in das Labor von Gaius Balta kommen, der versucht den Zylonen-Detektor zu. Zylonen-Detektor. Ja, genau. Und dies ist die zweite. Eigentlich überhaupt nicht komödienhaft, sondern ganz anders in der Stimmung. Aber wir werden sehen, ob sie uns trotzdem gefällt. Das Drehbuch kommt von Michael Taylor. Der hatte auch das, ähm, Der Ring, dazu hat er auch das Drehbuch geschrieben. Ich hätte nicht gewusst, dass es dazu ein Drehbuch gab. Aber er hat das Drehbuch für Der Ring geschrieben. Ich glaube, ich habe heute ein paar Fun-Facts, aber ich habe jetzt keinen, der passt. Ich habe ja gerade schon einen genannt. Aber ich finde es ja lustig, wenn du sagst, ne, du wusstest nicht, dass er dazu ein Drehbuch geschrieben hat. Mir kommt es nämlich so vor, als hätte er das Drehbuch für diese Folge auf eine Serviette gekritzelt. Und dann einfach so schnell eingereicht. Naja, das liegt aber nur daran, dass du Der Ring nicht geguckt hast. Ne, ne, ich sage ja nicht, weil die Folge gut oder schlecht ist, sondern weil großartig viel, ähm, Handlung nicht passiert. Okay, aber du musst, äh, du kannst wirklich nicht mitreden über dieses Thema, wenn du Der Ring nicht geguckt hast. Also laut Mario hat mir die Folge ganz gut gefallen, weil ich so direkt das gerade geguckt habe. Genau. Na gut. Die Zusammenfassung machst genau heute du, Jan. Ich glaube, du hast das gerade nur gesagt, damit du möglichst wenig sagen musst. Genau, Gaius Spider will sich in seiner Zelle erhängen, nachdem er letzte Woche von Chief auf dem Planeten gefangen genommen wurde. Das klappt nicht so ganz, denn er wacht dann in einem Wiedererweckungspool der Zyloon auf und sagt dann, oh, ich bin ein Zyloon. Aber wie wir ja vom Vorspann dieser Folge wissen, stimmt das nicht, sondern das war nur ein Traum und er wird von einem Marine wachgeküsst. Und daraufhin will er dann ein Verfahren haben, aber das Verfahren kriegt er nicht, denn erstmal wollen sie alles aus ihm rauspressen. Und dazu begeben sich die Köpfe der Flotte und des Militärs in die verachtenswertesten Etagen der Menschlichkeit herab und spritzen ihm Ja-Sag-Drogen und alles Mögliche, damit sie ihm nach Schlafentzug und Hunger und so weiter anderen Sachen, die keinen Erfolg hatten, endlich die Wahrheit entlocken können. Ob das so früchtetragend ist, weiß man nicht genau. Es kommt auf jeden Fall heraus, dass er nichts wusste, sich für unschuldig hält und kein Zyloon ist. Daneben her haben dann Lee und Dee und Starbuck und die Light immer noch Krach und dann sagen die gegeneinander, ja, wir mögen vielleicht die anderen, aber ich entscheide mich für dich. Und am Ende kommen sie dann alle in der neuen Bar zusammen, die vorher Lee dem Chief gezeigt hat, weil ja, er braucht ein Trinkbuddy, damit sie alle über die Ehe lästern können. Und während dann Lee mit Dee weint am Tisch sitzt, kippt sich oder knallt sich Starbuck mit ihrem Lee Light ein Whisky nach dem anderen hinter die Binde und dann gucken Starbuck und Lee sich aber immer wieder an und es wird klar, die wollen gegenseitig knallen und nicht dem Whisky und dann ist die Folge vorbei. Vielen Dank, Jan. Und wisst ihr noch, wie die Folge losgeht in der ersten Rückblende? Es wird gesungen. Echt? Nein. Ich dachte nämlich so. Cara Trace liebt Lea Dama! Ich bin weg, ciao. In meinen Ohren ist das Gesang. Auf keinen Fall. Ja, aber die singen doch irgendein Lied, während sie den Geil... So ein Schlaflied oder so. Ja, das war so ziemlich gruselig, das wollte ich als erstes einspielen und dann habe ich mich aber für diese schöne Reminiszenz von Gaius Balta entschieden, der nochmal sagen musste, dass er doch was Besonderes ist. Jetzt ist alles klar. Er ist ja sehr happy, wenn er aufwacht und denkt, er sei ein Zylohn. Genau, da können wir gerade ein bisschen bleiben, weil das passiert ja genau am Anfang, diese Szene. Dieser Selbstmordversuch geht ja deswegen schief, weil Felix Gator zu ihm kommt, mitten in der Nacht, wird dann aber erst aufgehalten von der Wache, dann aber irgendwie doch reingelassen. Und die Wache rettet ihn dann, beziehungsweise Gator holt Kottel. Und da sie ihn dann losbinden von seinem Galgen, jetzt hätte ich fast gesagt, dann kommt er nicht ins Auferstehungsschiff, aber das war ja natürlich nur ein Traum, also das war ja nur das, was er sich ausgemalt hat. Das wird dann recht klar, wenn die Six anfangen, um die Badewanne herum anfangen, ihm die Haut abzuziehen. Das war schön. Ja, wäre halt eine schön bequeme Erklärung für ihn gewesen, warum es immer so schwierig ist unter den Menschen. Dass es nicht daran liegt, dass er so ein kaputter Typ ist, sondern dass er halt ein Zylohn ist. Genau. Ja, und er wäre dann auch kein Verräter mehr an seiner eigenen, an seinem eigenen Volk. Ja, das wäre alles viel einfacher, er wäre auf der Gewinnerseite im Krieg, er müsse kein schlechtes Gewissen haben, weil es wäre doch alles irgendwie für die richtige Seite gewesen. Und er müsste sich nicht mit sich selber beschäftigen. Oder gewollt. Oder gewollt. Aber nein, er ist ein Mensch. Damit wäre das schon mal geklärt, von daher klärt diese Folge doch schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Okay, können wir einen Haken an die Zylohn? Naja, eigentlich ist er überhaupt gar nichts geklärt, weil er ist ja nicht gestorben. Er hat ja quasi nur einen Traum gehabt und sein Traum hat ihm erklärt, er wäre ein Mensch. Wir wissen ja nicht, ob er wieder aufgewacht wäre oder nicht. Meinst du, er träumt immer noch? Nein, er ist halt nicht gestorben. Wir wissen, ob er wieder aufersteht. Nee, es ist ja, ich glaube Tim meint, am Ende wird ihm ja die Frage gestellt, während er unter dem Wahrheitsserum steht, ob er ein Zylohn ist. Und da antwortet er mit einem, nein. Ja, das ist ja aber kein Beweis. Er glaubt euch, dass er ein Zylohn ist. Natürlich ist das kein Beweis, aber es wird sehr suggeriert, dass es die absolute Wahrheit ist, weil es mit so einer, mit so einer, nicht keiner normalen Stimme in Anführungszeichen rüberkommt, sondern so einer komischen. Ja gut, also was auch nur von dieser Szene am Anfang, aber ich finde diese Szene am Anfang, die soll genau das zeigen, dass das schon stimmt. Ja natürlich, da hast du schon recht, aber die Szene ist halt nur, das sind halt irgendwelche, irgendwelche komischen Bilder, die sein Gehirn macht, weil Sauerstoff fehlt. Aber ich radiere da meinen Haken nicht wieder weg, ich bin überzeugt. Nö, nö, den Haken kann man da auch schon stehen lassen, aber Phil hat recht, es gibt keine harten Beweise, aber für die Zuschauer ist es erzählerisch sehr klar. Good enough. Good enough. Ja, und er wird dann ja immer wieder von allen anderen besucht. Ja. Zum Beispiel auch von der Präsidentin, die dann eine Brille gibt und eine Zigarre. Ja, das fand ich sehr schön. Und mit was für einem Hitler zittern, die sich so die Brille reichen. Also, es gibt doch da so diese Rückblende, wie er ihr mal die Brille gereicht hat. Ja, das war ja quasi eine Kopie von der Szene, wo er sie in dem Zylon-Gefängnis besucht hat. Ja, genau, und da hat seine Art voll gezittert. Ich muss bei sowas immer an Hitler denken, wenn jemand mit so zitternden Händen, egal, reden wir nicht über Hitler. Du meinst an den Untergang oder an den echten Hitler? Ich hab den echten Hitler nie getroffen. Oh, den Untergang hast du aber auch nie gesehen. Nee, aber gesehen hast du ihn ja. Richtig. Ich hab den Schauspieler aus dem Untergang gesehen. Man muss nicht den Untergang gesehen haben, nur die Bunker-Szene von YouTube. Wir bleiben im Raum. Das ist doch die Zitter-Szene, es verbleibt mir. Ja, genau. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, aber nein, nein, nein ist was ganz anderes. Das ist nicht aus dem Untergang. Das ist doch von dem, was? Nein. Ach so, nee, das ist aus St. Glorious Bastards. Genau. Das ist aus St. Glorious Bastards. Nein, 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 nein. Wenn er da mit seinem schicken roten Cape vor dieser gemalten Karte steht und auf den Schreibtisch hämmert. Ja. Aha. Ja, tatsächlich. Bingo. Ja, haben wir auch wieder Hitler in dieser Folge gehabt. Gut für die Korte. Ja. Noch ein Check. Gut, dann, wie geht's jetzt weiter? Ach so, wir waren beim Besuchen und das ist die Szene spiegelt damals auf Neukaprika im Ceylonen-Gefängnis, in dem Roslin saß. Ja, fand ich auch schön, diesen Vergleich. Dann zündet sie sich noch so einen von seinen Zigarillos an und gibt ihm ihn. Ihn, ihm. Das ist halt das Zuckerbrot alles. Sie versuchen ihn halt zum Reden und zur Kooperation zu bekommen. Aber er, er, nö, er will das jetzt nicht. Er ist ja auch ungerecht behandelt, ne? Er war ja ein sehr bemühtes Staatsoberhaupt und dann Gefangener beim Feind. Ja. Und er ist ja eigentlich nur ein heimgekehrtes Staatsoberhaupt und kein Verräter. Richtig. Und kriegt volle Pensionen. Und deswegen will er auch nichts essen. Aber er soll essen, sagt dann nämlich der alte Mann zu Dr. Kottel. Und Dr. Kottel sagt, ja, wie soll ich denn das einstellen, äh, anstellen? Ja, sie werden schon einen Weg finden. Ja. Hey ho, Schlauch. Ja, was so der Anfang des Abstiegs ist. Naja, die Zwangsernährung finde ich ehrlich gesagt nicht den Anfang des Abstiegs. Ach, der war vorher? Oder kommt er nach? Ja, du, beziehungsweise, ich weiß nicht, du hast jetzt, du hast vorhin in der Zusammenfassung, ach nein, das ist ein Hungerstreik. Ja. Der wird nicht, ja, aber, 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 aber Schlafentzug machen sie doch schon, oder? Ja, stimmt, das machen sie vorhin. Ja, machen sie auch an, das ist schon sehr fies, also, das ist einfach schon voll. Da hast du recht, weil, weil Kottel sagt ja auch, Leute können unter Schlafentzug einiges komisches anstellen, zum Beispiel versuchen, sich umzubringen. Ja. Stimmt, das kommt schon vor. Also, ich finde, das ist schon ganz schön krass, wie die mit dem umspringen. Ja. Eine Runde mit dem. Und allesamt. Ja, sogar Kottel macht einfach mit. Das fand ich, also, bei dem fand ich es, glaube ich, am enttäuschendsten, dass er, dass er nicht mehr macht, als so. Ich finde das aber nicht so gut. Aber ich mache es trotzdem. Ich meine, der hat doch die, wer, wer soll es denn sonst machen? Es gibt doch da wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, die qualifiziert genug sind und denen sie genug vertrauen. Also, äh, ihn zwangs zu ernähren, oder was? Ja, überhaupt, ja, ja. Ja, oder auch, warum, warum der nicht sagt, so, ey, so könnt ihr nicht mit jemandem umspringen. Und auch später, später dann nicht sagt, nein, ich helfe auf gar keinen Fall, dem da jetzt irgendwelche Drogen zu verpassen, die, die irgendwie echt gefährlich sind. Vor allem meinte sie ja, äh, in dieser Besprechung ist das ja, glaube ich, dass, äh, oder nachdem, nachdem der Versuch der Präsidentin fehlschlägt, und dann meinte sie ja, wir haben es mit der, mit dem Zuckerbrot probiert, dann brauchen wir jetzt die Peitsche, oder war es andersrum? Ah, nee, Quatsch, sie sagt davor, wir haben es mit der Peitsche probiert, vielleicht müssen wir es jetzt mit dem Zuckerbrot probieren, und dann macht sie ihren, ihren Versuch mit der Brille und der Zigarre. Funktioniert auch nicht. Und dann kommt, äh, der alte Mann ja mit seiner, mit seiner alten Militärgeheimsache um die Ecke. So, es gab da mal eine Droge. Habe ich zufällig noch was. Und zufälligerweise haben wir davon etwas an Bord. Genau. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Vor allem dann auch später, wenn, wenn Adama dann gegen Ende vorschlägt, dass es ja immer noch die Möglichkeit gibt, ihn einfach verschwinden zu lassen, und dann die Präsidentin ja plötzlich hier ein Gewissen bekommt und ihm sagt, das können wir doch nicht machen. Das war alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Die ganzen Drogen, äh, Geschichten da, das spielt, äh, Funfact, das spielt so auf dieses CIA-MK-Ultra-Programm an, was es so in den 60ern und 70ern gab, mit LSD und so. Ich fand das gut visualisiert, diese, dieses, wie, wie bald er sich fühlt, nachdem ihm die, diese Drogen da verabreicht werden. Ja. Auch das war vor allem sehr günstig. Ja, ja, aber ich finde, da, da, da konnte man schon fast nicht anders als, als Mitleid mit dem zu haben. Also diese Droge soll ja irgendwie den, ähm, dem sie verabreicht wird, in einen Zustand versetzen, dass er ständige Todesangst hat. Das war ja so der, der Deal von diesem Ding. Und das, äh, wird, das wird so visualisiert, dass Balta in so einem Wassertank in totaler Düsternis ist. Das einzige Licht, was er hat, ist, ähm, das, was die Taschenlampe, was von der Taschenlampe kommt, die... Was, wie Balta, äh, nicht Balta, hier, Adama ihm so ins Gesicht leuchtet. Alter Mann. Und so, eigentlich, allein dieser Moment, wo Adama irgendwann sagt, so, okay, dann mache ich das Licht jetzt aus, wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest. Mega fies. Mhm. Und der, also, es erscheint ihm ja auch, alle erscheinen ihm wie omnipräsente Wesen, weil, überall und nirgends, weil er sagt, dann können sie mich hören, Balta, und in Balthas Wahrnehmung quasi so eine, als wäre es nur sein, sein inneres Unterbewusstsein und keine Verbindung mehr zu äußeren Sinnen, äh, hört das eben als so ein überall und nirgends göttliche Sprache, äh, Stimme, die sagt, können sie mich hören, Balta? Und, ah ja, so auch die der anderen. Und man darf keine lauten Geräusche machen. Oh ja, das war auch eine schöne Szene. Ja, denn irgendwann schmeißt jemand versehentlich so ein, so ein, so ein Operations, äh, Blechtisch nebenum, was ein ziemlich lautes Geräusch macht. Vor allem, was auch da steht, weil, also, wenn er nicht mitmacht, dann müssen wir ihn aufschneiden. Ja. Huch, wer hat das denn da hingestellt? Und das gibt ja ein ziemliches Geschepper in Balthas Gedächtnis. Ja, und dann wird er, wird dann irgendwie runtergerissen und er trinkt irgendwie in seinem, also, er fährt da auch einen ziemlichen Trip, weil er wacht dann ja nochmal in so einem Bathtub auf und dann sind ganz viele blutige Kinder um ihn herum. Ja, ich hab da so gedacht, das wären die von Neukaprika, die er auf dem Gewissen hat. Ja, die doch sein. Ja, genau. Aber es sind alles Kinder. Zombie-Kinder. Zombie-Kinder. Aber es ist, aber wir haben ja auch davor noch vergessen, der sollte doch geluftschleust werden, oder? Richtig, das haben wir vergessen. Ah, weil ich dachte eben, ähm, er kennt ja doch jemanden, aber dann sollen wir vielleicht nochmal zurückrudern. Ja, denn die Präsidentin macht dann irgendwann wieder Peitsche anstatt Zuckerbrot. Ich glaube, das ist direkt nach der Zigarrenzehn, oder? Ah ja, ja, genau. Aber glaubt ihr, das war ernst, dass sie ihn luftschleusten wollte? Nein, weil sie hinterher, ähm, sagt doch sogar noch Tai, ähm, oder er hat gewusst, dass sie blöffen. Hm. Also es war nicht ernst. Ja. Auch so. Aber genau, sie prügeln ihn dann sozusagen so durch die Gänge und an dem, an dieser, an dieser Wand vorbei, wo die ganzen, ähm, Verstorbenen hängen. Und da erkennt er dann, äh, irgendwie seinen Assistenten von Caprica oder so, gell? Also seinen, früher noch, auf Caprica, nicht Neukaprica. Seinen, irgendwie, wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ja, für den er irgendwie gute Dinge hat. Ja, ja, genau. Und sagt dann nochmal, dass er unschuldig ist und so weiter. Und dann erfährt die Präsidentin wieder nichts und schmeißt ihn wieder zurück in die Zelle. Und daraufhin, ähm, unterhalten sich die drei nämlich nochmal, also die Präsidentin, Adama und Tai. Und dann, ja, dann ist nämlich nochmal irgendwie die Frage, ob er jetzt die Wahrheit gesagt hat oder so und dann sagt, ähm, meine ich Tai oder er hat gewusst, dass sie blöffen. Tai gibt überhaupt so, ähm, typische, ähm, lakonische Tai-Worte ab und zu mal rein. So einfach so, na endlich oder sowas. Wenn sie jetzt irgendwas anders machen. Ja. Ja, aber ansonsten eigentlich gar nicht so viel stimmt diese Folge. Wieso, äh, was wollen sie denn eigentlich von ihm erfahren? Sie wollen wissen, was er den Zilonen verraten hat, oder? Auch, auch wie, wie sie den, wie sie diesen Tempel gefunden haben. Ja, weil, wenn, äh, quasi sie das gefunden haben, wie weit haben sie, äh, kommen sie noch weiter oder, äh, voraus? Mhm. Weil er war mit den Zilonen ja vorher da, bevor die Menschen angekommen sind. Was? Naja, er war ja mit, äh, äh. Nee, die Menschen waren doch vorher da. Naja, aber die haben ja nichts rausgefunden und sind dann zum Sprengen weggegangen. Und dann kam Balter ja mit den beiden Zilonen dahin und hat die, die Zünder weggenommen. Und da wollen die halt wissen, was hat er denen gesagt, bevor er sie umgebracht hat, damit sie zurückfliegen können. Weißt du, was haben die da rausgefunden? Weil die Menschen denken natürlich, er hat die beiden abgeknallt, die sind dann zum Auferstehungsschiff und haben all die Informationen. Also die, die denken da, die hätten tatsächlich einen Plan gehabt, die Zilonen. Wahrscheinlich, genau. Dabei hat Balter die ja nur so erschossen aus seiner Selbstzucht. Also den einen. Den einen. Sie ist ja an, äh, von, von ihrer eigenen Selbstzucht. Memory, Overflow oder was auch immer. Segmentation, Vault. Das war so ein bisschen, deine Wahl war schlecht. Die bei den anderen schon. Ja, und sie, also die Präsidentin hat ja noch Anfinished Business von Caprica, weil sie sich ja zu erinnern meint, ihn mit Six gesehen zu haben. Mhm. Das waren ja diese Szenen, die hat sie irgendwie, daran hatte sie sich ja erinnert, während sie ihre Erkrankung da hatte. Auf Drogen war. Und auf Drogen war, genau. Der wichtige Teil ist, sie war auf Drogen. Jamala. Genau. Jamala. Und Funfact, es gibt Szenen, die nicht gezeigt wurden, wo sich nämlich auch Roslyn mit Six unterhält, die ja auch in einer Zelle sitzt, die sie aber ganz weggelassen haben. Also Six kommt ja, soweit ich mich erinnere, gar nicht vor in der Folge. Nee. Also die Caprica Six, nee. Die Caprica Six, genau, in der Zelle. Und es gibt halt noch Szenen, in der sie das nochmal ein bisschen aufgreifen und sich Roslyn nochmal mit ihr darüber unterhält. Und deswegen, übrig geblieben ist halt nur dieses eine, diese Konfrontation mit Balta, wo sie das nochmal sagt. Ja. Von den Final Five erfahren sie noch in dem Gespräch. Genau, da wissen sie auch noch gar nichts von, was auch nachvollziehbar ist, weil das war ja bis jetzt immer nur Gespräch bei den Zellonen. Ja, genau. Naja, davor erfahren sie ja nicht von den Final Five. Ja. Sondern wenn ihr unter Drogen steht. Ja, aber das sind doch so im Prinzip die Sachen, die da, also er erzählt von den Final Five und sagt ansonsten, ich bin unschuldig, ich wurde gezwungen. Ich wusste es nicht, äh, ich wurde, wurde verführt. Auf jeden Fall, äh, bringt mich nicht um. Ja, aber das ist ja auch eine Aussage, weil er hat ja diese Wahrheitsdroge und dann muss es ja glauben. Er glaubt auf jeden. Naja, nein, die, die schätzen das ja auch richtig ein. Die sagen ja auch danach, zumindest er glaubt, dass es so ist. Ja, und ich meine, den Balta bei Bewusstsein, der wird ja nie so sagen, ich wurde verführt, sie kennen ja meine Schwachstelle. Natürlich, das würde der, das würde der sofort sagen, wenn er, wenn er der Meinung ist, dass ihm was anderes jetzt gerade nicht mehr hilft, dann würde er auch, würde er auch auf die Tour gehen. Ja, okay, als Last Resort wahrscheinlich schon. Naja, was heißt auf die Tour, es wird ja am Ende sowieso so ein bisschen angedeutet, als hätte er doch noch das unter Kontrolle gehabt, oder? Also so ein bisschen grinst er doch dann am Ende auch so gegenüber Six, oder habe ich das falsch gesehen? Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich hatte so das Gefühl, am Ende fühlte er sich dann doch wieder total gut, weil er ihnen das gesagt hat, was sie hören wollten. Ja, du meinst ganz am Ende, als er da im Bett... Kinder ihn ablaufen lassen. Nee, nee, ganz am Ende, genau. Nicht, als die Kinder ihn absaufen. Ich glaube eher, weil ganz am Ende sagt ja die Rosalind zu ihm, dass er seinen Prozess bekommt. Ja, ja. Das sagt sie aber nicht zu ihm, das sagt sie zu Adama. Ach, oh Gott. Also, ich meine, mir ist das jetzt nicht aufgefallen, wenn das so der Fall sein sollte, dann, ja, also, warum nicht? Der kann sich auch einreden, dass er die ganze Zeit die Kontrolle hat. Das ist mein Plan voll aufgegangen. Das fand ich ein bisschen komisch, weil ich glaube, also, ich hatte nie den Eindruck, dass das jetzt gespielt war, was er da macht. Nein, war das meiner Meinung nach auch nicht. Also, keine Ahnung, vielleicht lacht er, weil er fürs Erste mit seinem Leben retten konnte. Weil er wieder weggekommen ist, ja, das kann sein. Zwischendurch gibt es nochmal eine Szene mit Gator und Balter in dem Verhörraum. Da schicken sie dann Gator zu ihm, auch nochmal als, weiß ich nicht, ob... Als ein ehemaliger Chief of Staff. Genau, ich weiß nur nicht, ob es Zuckerbrot oder Peitsche ist. Ja, erst das eine. Genau. Das Gespräch eskaliert etwas und die Präsidentin zieht dann auch gleich die richtigen Schlüsse daraus, denn... Das ist tatsächlich was, was Balter, glaube ich, mit vollem Bewusstsein macht, um ihn da... Ja, das glaube ich auch. Um Gator da eine Falle zu stellen und ihn, wie sagt man denn, verdächtig zu machen. Zum Opfer, also zum Sündenbock zu machen. Ja, genau. Das glaube ich auch. Also, das war tatsächlich sehr, sehr schlau gemacht. Ja. Schnell reagiert und gut reagiert. Ja, aber hat er einen Stift im Hals, oder was war das? Ja, aber er hat ja nicht die Arterie. Genau. Lassen Sie ihn liegen. Und Alter, was haben die für super, mega, auffällig, unauffällige Kameras. Also echt, die haben Zeit, diesen Raum zu präparieren, irgendwo eine Kamera zu verstecken. Und dann hängt da dieses Riesending mit dem Ober. Genau. Und da zeigt ja Balter nochmal, dass er wieder die völlige Oberhand hat, weil er sie dann auch noch so ganz offensichtlich in die Kamera winkt und guckt. Ja. Warum auch nicht? Die haben da fucking Teleobjekte gefunden. Das war halt echt. Da gibt es doch, ist das irgendwie nackte Kanone oder sowas, wo ihr halt so nah mit so einem Fernglas oder so ran, bis sie wirklich pong an den Turnschbruch. Ja, aber die Präsidentin zieht dann die richtigen Schlüsse hinterher. Nämlich, sie zieht dann den Schluss, dass sie jetzt weiß, warum Gator in der Nacht zu Balter gegangen ist. Das fragt sie nämlich vorher noch, warum er eigentlich da war. Und dann gibt es so ein bisschen so eine Ausrede. Und sie sagt jetzt, ich weiß jetzt, warum sie da war. Sie wollten ihn umbringen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Manöver sogar funktioniert hat. Also wie steht denn jetzt Gator da? Ja, genau so. Der steht gar nicht. Das hat super funktioniert, weil Gator halt auch so dumm reagiert hat. Also weil er sich so hat in die Ecke treiben lassen und dann so überreagiert. Weil es sieht halt jetzt ganz genau so aus, sobald er sagt, ja, ja, ich behalte dein Geheimnis für mich. So, ah, sterb, sterb. Aber was war eigentlich, also ich habe nicht mitgekriegt, hört man, was er ihm da ins Ohr flüstert? Nee. Nee, ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Aber nur vorher sagt er so, halt, ja, ich habe es keinem verraten. Und ich habe alles für mich behalten. Was könnte das sein? Ja, nichts. Überhaupt gar nichts. Das fand ich ja so, das Bemerkenswerte, wie schnell Balter da reagiert und es jetzt schafft, das so hinzudrehen, als hätte Gator so ein, als wäre Gator der eigentliche große Verräter. Und Balter war die ganze Zeit nur so die unwissende Marionette, die da, die gleichzeitig von Gator und von den Zylonen an der Spitze dieser Pseudoregierung gelenkt wurde. Und eigentlich hat er den ganzen Tag nur Wein getrunken. Nur das, das hat er ihm ins Ohr geflüstert, oder was? Nein, der hat ihm, der hat ihm, der hat ihm, den Hörmann. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat er ihm Kinderrein getrunken. Genau, der hat ihm den Kinderrein, den er sich zum Aufhängen, äh. Weil die anderen sehen auf jeden Fall über die Kamera, dass er ihm irgendwas ins Ohr flüstert, nachdem er vorher gesagt hat, ihr Geheimnis, Geheimnis. Genau. Ihr Geheimnis ist, ihr Geheimnis ist bei mir gut abgehoben. La, 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 la. Nein, ich dachte, er hat ihm wirklich etwas ins Ohr geflüstert, was, ähm, was ihn, also ein Geheimnis, was der Charakter Gator wirklich hat, was ihn vielleicht mal zum Charakter mehr werden lassen würde. Und das kann ja sein, aber das spielt ja für das Ergebnis keine Rolle. Ne, spielt's nicht. Am Ende liegt Gator am Boden und ist ohnmächtig. Genau, der ist für mich umgetackelt worden von Adama. Boah, das war so einspringend. Der hat Gator zurück in The Ring befördert. Genau, da habe ich nämlich auch gedacht. Gut, dass er Boxen geübt hat. Das hat sich schon ausgezahlt. Ja, und der Schluss, sie wollten ihn nachts umbringen, liegt jetzt natürlich schon nahe, weil er was über ihn weiß, was nicht rauskommen soll. Das ist schon ziemlich gemein. Vom Balta. Gefährlich, gefährlich. Ich hatte am Anfang erst gedacht, okay, er will ihn vielleicht, also ich, ganz am Anfang der Szene, dass er ihn umbringen will, weil er halt selber so viel leiden musste oder ausführen musste auf sein Geheimnis. Das habe ich auch so verstanden. Weil er für ihn der Teufel ist. Ja, genau. Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass er über ihn weiß. Nein! Das ist es nicht. Nein! Und es ist auch noch nicht mal sicher, das ist nur eine List. Es ist auch noch nicht mal sicher, dass es einer der Final Five ist. Es ist auch noch nicht mal sicher, dass es stimmt, dass er ihn umbringen wollte. Das hat ja jetzt nur die Präsidentin geflossen. Ja, das sagt ja Rosslin einfach. Ja, ja. Vielleicht kam er ja um ihm zu helfen, weil Gaeta so ein guter Typ ist, der sagt, ich ertrage das nicht mehr, wie der hier überhandelt wird. Na ja, er war am Anfang, liegt er ja in seiner Koje, kann nicht schlafen und richtet sich auf und ist schweißig gebadet und hat so einen stierenden Gesichtsaustruf. Man schon denkt, gut, er hat jetzt einen Entschluss gefasst, der wahrscheinlich nicht gerade auf Kaffee kaufen hinausläuft. Aber ich halte es für ziemlich ausgeschlossen, dass er Walter umbringen wollte. Äh, nicht so. Wir wollen ihn auf jeden Fall schütteln, das kann man sagen. Sag die Wahrheit! Zeit für Funfacts. Ja, einen ganz kurzen Funfact. Ich muss die ein bisschen zwischenstreuen. Ähm, erstens ist ja der Originaltitel Taking a Break from All Your Worries wieder ganz anders als der deutsche zu Gebrot und Peitsche, wobei ich den Deutschen jetzt auch nicht schlecht finde. Ähm, der, ja, ich glaube, die lassen sich sogar beide auf A und B Handlungen beziehen, so ein bisschen. Der, der englische Titel bezieht sich noch ein bisschen mehr auf die B Handlung, finde ich, diese Beziehungsgeschichten. Beziehungen. Ja. Ähm, aber der Funfact ist eigentlich, dass Taking a Break from All Your Worries der längste, ähm, Episodentitel bisher der gesamten Serie ist. Aber er kommt nicht an die Titel des Zölonsender ran. Auf keinen Fall. Ja gut, okay. Wir nennen die heutige Folge Adenosintrifosphat. Wäre möglich, wenn du das am Ende sagst? Langweilig. Also kein guter Funfact. Dann mach weiter, Jan. Soll ich, soll ich jetzt mit, äh, Taking a Break from All Your Worries, also geh in die Kneipe. Ja, mach doch mal mit der B-Handlung weiter. Genau. Das ist wirklich krass, wie A und B gestempelt die beiden Handlungen dieser Folge. Ja, passt total gut. Ist ja, dass, äh, Lee mit seinem neuen Saufkumpan und auch Ehemann Chief Tyrell in die Bar geht und sich immer einen kippt, dann nach Hause kommt und sagt, äh, Lee ist so. The reason why we build bars. Und, äh, dann die sagt, äh, du bist auch langweilig hier mit Akten, dann muss ich morgen raus Briefing. Und sie sitzt dann da mit, äh, war schön, dass wir drüber geredet haben. Also die ist tatsächlich die einzige von den Vieren, weswegen mir das Ganze so ein bisschen leidtut. Ja, ja, mir auch. Weil die ist halt, zu gut für ihn. Die ist halt gut einfach so. Ja, sie ist halt zu gut für den Adama. Der ist, der ist einfach, er ist ein Lolli. Ja, und das sagt sie ja in der Folge sogar auch so. Oh, ich hab's schon gewusst, als wir geheiratet haben, dass es genauso kommen wird. Und ich hab dich trotzdem geheiratet. Ja, aber sie sagt's ja aus einem Grund, weil sie sagt, er ist zu gut für sie. Und, äh, ja, eben, nicht vorwurfsvoll. Die soll verfickt vorwurfsvoll sein. Der Typ ist ein Arschloch. Ja, natürlich. Die hat jedes Recht, ihm Vorwürfe zu machen. Ja, ja, eben. Aber sie sagt, ah ja, es war ja klar, dass du irgendwann weiterziehst. Ich meine, ich bin ja auch nur Didi. Ja. Ich bin ja keine Starbuck. Hedl, wach doch mal auf. Du bist, du bist die, die die ganze Zeit im, äh. Ah, dieser Name funktioniert im Deutschen einfach echt schwierig. Ja, deswegen hab ich's ja gerade gesagt. Die Party. Ach so. Die Party. Jemand, der Deutsch spricht, kann keine schlechter Mensch sein. Okay, Haken. Sie macht im CIC, spricht sich die ganze Zeit, äh, mit jedem auf der anderen Flotte ist Kommunikationsfrau, Ingenieurin, was auch immer. Die Frau braucht ein bisschen mehr Selbstvertrauen und für sie tut's mir wirklich leid. Die anderen drei Affen können sich mal in der Luftschleuse gerne haben. Ja, zwei davon haben's selber verdient und der vierte, der geht mir jetzt nicht. Ja, den kümmert's ja auch nicht. Ganz ehrlich, ich find aber den Charakter, die inzwischen total nervig und kaputt, die war mal total cool, aber die macht ja überhaupt nichts mehr. Die ist ja für nichts mehr da in der Serie, nur noch um hier das dumme Heimchen am Herd zu spielen. Genau, danke Drehbuchschreiber. Ja, sehr schade. Ja, und alles nur, weil sie Billy in den Wind geschossen hat. Nein, Billy wurde geschossen. Es gibt, es gab am Anfang, am Anfang gab's wirklich mehrere starke Frauencharakter und eine nach der anderen fallen entweder vollkommen raus oder werden zum Heimchen an Herd degradiert und ach, das find ich so schade. Ja, also mir fällt das hauptsächlich bei die auf. Ja, aber zum Beispiel bei Cat ist es mir auch aufgefallen, aber ich mein, die ist halt, ist die vollkommen raus, ich weiß gar nicht, was mit ihr passiert war. Nee, nee, die kommt vielleicht noch mal guck vielleicht doch noch mal The Ring und die Folge danach. Ja, vielleicht hast du noch ein, zwei wichtige Sachen verpasst. Oder hör dir den Podcast noch mal an. Ich hab mir The Ring angehört, kam die davor? Nee, die Folge danach. Vielleicht guckst du auch einfach mal aufs Episodenbild bei uns im Zulonen-Sender. Moment. Twitter. Zurück, zurück, zurück. Da ist The Ring. Egal, wir machen schon mal weiter. Ja. Technisches K.O. K.K. Ich dachte, wir machen weiter. K.K. Wow. Ja, die hat sich ja entwickelt. Ganz anders, als du dachtest. Ja, ganz anders, als du dachtest. Ja, aber man sieht sie ja nicht. Ja, komisch. Also bestimmt taucht sie wieder auf in der nächsten Folge. Dann gibt's bestimmt wieder mehr Dogfights und dann ist sie wieder voll da. Ja. Wir sind ja so nah an dich dran. Eine strahlende Zukunft vor sich. Wir sind ja so nah an dich dran. Keine Dogfights ohne Cat. Ja. Ich fand den wirklich lustig. Aber wenn du wüsstest, dass wir über dich lachen. Nee, das war über den Wortwitz. Ach so. Nee. Ich entscheide mich da nicht für eins. Nee, ich glaube, wir lösen das erst in der nächsten Episode auf. Entscheide dich. Wenn ein Cat das nächste Mal auftritt, dann sprechen wir zusammen. Dann machen wir das auf. Aber nein, kein Catfight ohne Dog. Nee, ach fuck. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, ich hab noch eine. Oh, das ist ja interessant. Weil wir gerade so fröhlich sind, habe ich noch einen Funfact. Aber, warte, mir fällt noch eine ein. Starbuck geht mir auch auf die Eier. Und das auch nur wegen Lee Adama. Okay. Also sollten Sie eigentlich Lee aus der Serie rausschreiben, damit die andere Ja, oder richtig schreiben. Richtig. Ohne Luft in den Lungen. Aufgedunsen in einem zerborstenen Viper-Cockpit. So stelle ich mir einen Jungen vor. Okay. Hast du genug geschlafen letzte Nacht? Ja. Eigentlich nicht. Dabei gab es doch schon mal eine Folge, in der Apollo keine Luft in den Lungen hatte. Ja, aber dann hat er welche reingekommen. Und das war das Problem. Genau. Es gab auch schon eine Folge, wo er aufgedunsen war. Stimmt. Sogar mehr. Und da hat die, da hätte sie ihn verlassen sollen. Weil er fett war. Ach ja. Ach. Funfact. Nee. Eigentlich sollte die Behandlung, diese Barszene viel weniger düster sein, als sie es wurde. Aber Jamie Bember meinte, man müsste den Beziehungsstress noch ein bisschen mehr ausspielen. Was? Ja. Denn der hat nicht genug Stage-Time gehabt. Also man kann ja echt nur sagen, so Schauspieler, stay in your lane. Wirklich. Und was heißt der für ein Drama? Das ist doch Apollo, oder? Wo war denn das ein Drama? Also ich fand, das ist schon ein Drama, wie lange sich das hinzieht. Ach so, ja. Wie lange es sich hinzieht, aber jede Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ist genauso ein Drama. Ja, aber das gucke ich ja nicht. Nee, aber da musst du es gucken. Ja, also das Problematische finde ich tatsächlich mit der Folge, also das Gute mit der Folge, finde ich, dass es glaube ich jetzt vorbei ist. Ja. Oder? Nee. Glaubst du? Da habe ich das Gefühl. Also es ist alles wieder so, wie es war. Und das ist das Schlechte, was ich davon vollbinde. Nein. Ich glaube, es kann doch viel schlimmer werden. Es ist so ein endloser Kreis. Meinst du? Ja. Also ich wollte nochmal kurz sagen, mit Drama meine ich nicht, dass es kein Drama wäre, aber es ist halt für mich so, aber wir brauchen mal ein bisschen Drama. Lass mal, lass mal hier da und da ein paar Beziehungskisten aufmachen. Ja, aber was ist denn jetzt am Ende? Am Ende haben sie jetzt alle beschlossen, ja nee, wir machen mal so weiter mit unseren Beziehungen. Wir haben natürlich trotzdem noch Gefühle füreinander, aber... Eben, und wir tauschen immer einen Blick nach dem anderen aus. Lass das mal alles so festhalten, weil wir sind ja alle so glücklich. Ja. Oh wow. Wenn du guckst, wie die dann nachher, weißt du, die einen sitzen um den Tisch rum und heulen, die anderen sitzen an der Bar und besaufen sich, weil sie nicht glücklich sind. Ja, genau. Und... Das ist das Drama. Das ist einfach so, so schwarz-weiß, wie vielmäßig hingestellt wird. Ich glaube, das bleibt jetzt so, das ist nicht, das geht jetzt nicht nochmal hin und her. Das redest du dir gerade ein, oder? Weiß ich nicht. Ja, aber dann hätten sie doch die Blicke, diese eineindeutigen Blicke, so, oh, ich will dich, ich will dich auch, aber geht nicht, ich halte hier gerade Händchen und ich trinke. Das hätten sie ja nicht, das hätten sie nicht so reingeflustert mit dem Vorschlaghammer. Also es ist auf keinen Fall vorbei. Es werden wahrscheinlich jetzt über die nächsten Folgen bis zum Ende der Staffel 3 immer wieder Blicke ausgetauscht werden und dann Händchen gehalten und dann irgendwann finden sie sie in der Luftschleuse beim Sex und dann drücken sie den Knopf. Irgendwann bleiben halt nur Yeah. Nein. Die anderen beiden sterben einfach, es bleiben nur Apollo und Starbuck übrig und dann können sie ohne schlechtes Gewissen. Sie sterben in einem tragischen Unfall und das letzte, was sie sagt, ist, du zu ihr. Und bevor sie richtig tot ist, lässt Lee sie fallen und geht wirklich zu ihr. Und sagt, alles klar. Wenn das okay ist für dich, das war ja einfach. Hättest du das nicht früher sagen können? Hättest du uns nicht fünf Folgen sparen können? Ja, und das ist ja genau das, was ich schlecht finde, weil ich nämlich doch immer noch glaube, dass es jetzt auf diesem Status Quo so bleibt und dann hat sich einfach überhaupt gar nichts weiterentwickelt an der Stelle. Wir meinen alle das Gleiche und benutzen nur unterschiedliche Wörter. Deswegen ist es ja überhaupt kein Drama. Ein Drama verändert sich grundlegend etwas. Und das ist einfach, das ist nur Fassaden streichen. Naja, man kann auch ein Drama dazu spinnen, dass jemand in einer Situation, aus der es draufkommt. Man kann auch Fassaden streichen und dann sieht es anders aus als vorher. Du nimmst das alles nicht ernst. Ich wollte sagen, man kann auch ein Drama so aufbauen, dass jemand in einer Situation ist, aus der er nicht rauskommt und es ständig wieder versucht. Ist auch Drama. Ja, ja, das ist wie bei Balta da gerade. Zum Beispiel aus dem Wassertank. Ja, und er wird dann rausgeholt und aufgeweckt. Von Zombie-Kindern. Ja. Ja, aber wie gesagt, die Szene sollte gar nicht so auf die Beziehungskiste schon wieder fokussiert sein, aber danke Jamie Bamber. Jamie Bamber. Ist euch aufgefallen, wer nicht an der Bar war? Ja, Tai. Ja. Aber der war ja auch mit Foltern beschäftigt. Oh, der hat sich ja zurückgehalten. Naja, weil der hat bestimmt innerlich innerlich gefoltert. So beschäftigt mit Zufriedenheit. Ja, nee, das meine ich ja mit diesen Sticheleien. Nämlich, immer wenn sie irgendwann gesagt haben, dann fliegt er aus der Luft, Schleiß oder so, dann hat er ja gesagt, nein, blüht. Ich habe keinen Bock mehr nach der Besprechung dieser Szenen in der Bar. Die sind so doof. Ja, passiert ja auch letztlich nichts Wirkliches. Oh, mir geht's scheiße, mir geht's auch scheiße, aber ich will bei ihm bleiben. Ja, ich will auch bei ihr bleiben. Aber es ist auch einfach schlecht geschauspielert. Es macht mir viel weniger Lust. Von wem? von, zum Beispiel, wie heißt er? Jamie Bember. Also, der holt mich immer weniger ab. Der stößt mich eher ab. Als Schauspieler. Der war von vornherein nicht der stärkste im Cast. Ja, ist ja auch egal. Sollen wir weitergehen? Ja, wohin denn? Wo wollen wir denn noch hingehen von hier? Viel bietet die Folge. Wir haben doch schon alles erreicht. Genau. Wir sind auf dem Gipfel. Wir haben auch schon alles erzählt. Wir hatten sogar ein Drama. Ich möchte, dass wir mehr Zeit hier im Podcast an der Bar verbringen. Also, ich hab eine Bar vor mir. Ja, ich hab keine Bar vor mir. Was ist denn die Bar vor dir? Oh, es klingelt schon. Nee, die Pizza da? Nee, ich hab nur Bier. Ich hab ein Glas klingeln gehört. Ein Bier hab ich auch noch. Haben wir noch was zur Folge? Komm, ich hol mir ein Bier, bevor wir zur Bewertung kommen. Ihr könnt ja noch ein bisschen weiterreden. Okay. Wo, äh, ja. Also, die, die, die Bar, die ist im Hangar gebaut, oder? Ja, ich denke mal an die Museumshangar. So ein bisschen. Ah, okay, okay. Weil irgendwann bei den ganzen Sachen, die die im Hangar machen, Werkstatt für, für noch irgendeinen Fighter, eine Bar, nächste Folge, dann noch etwas anderes. Garten. Pool. dann, Alarmstart für die Weiber und dann machen die falschen Luftschleusen auf und dann fliegen ganz viele Menschen raus. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Bitte. Nein. Jan hat was gesagt. Ah, okay. Prost, Phil. Ja. Prost. Oh, das war jetzt aber schön. Oh, das war zu laut, oder? Nein. Nö. Doch, hier ist es übersteuert. Ich muss das nochmal machen. Für die Soundeffekte. Es gibt doch immer diesen bei den Hörspielern, der so Geräusche im Hintergrund macht. Das wollte ich früher immer werden. Der macht die aber nicht dreimal. Aber auch nicht live. Da muss man auch üben. Genau. Man muss ganz viele Bierflaschen leer trinken. Ich glaube, das gibt aber so eine Episode, mal sehen, ob ich da das YouTube-Video zu finde, wo das jemand live macht und da liest Jürgen von der Lippe, glaube ich, irgendwie Winnetou. Winnetou. Ja, kennst du das auch? Ja. Und da sieht man früher nachts immer auf dem WDR. Ja, und da sieht man nämlich diesen Typen die ganze Zeit diese Geräusche machen. Cool. Okay, kommen wir zur Bewertung. Dann fangen wir an, Tim. Ach, das war's. Du hast aber wieder gut gezündet. Sonst hätte ich jetzt gesagt, fang an, Phil. Hast du aber nicht. Ja. Ich bin mir sehr unsicher, was ich dieser Folge geben soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich noch nicht auf eine Note festgelegt und deswegen versuche ich das jetzt durch Geplapper zu überbrücken. Sehr gut. Ja, also, man kann sehr unterscheiden zwischen A und B Handlung, glaube ich, an dieser Episode, was ja oft so ist. Wir haben keine Zölonen-Handlung hier, was auch total Sinn macht, weil ja, zumindest sind die Zölonen ja erst mal weg. Das heißt, Interaktion mit den Menschen ist eh nicht da. Und es ist auch Balta ja nicht mehr bei denen, der die sonst immer so ein bisschen fortgeführt hat. Ja, es geht hauptsächlich um Balta und diese Balta-Sache finde ich auch eigentlich sehr interessant und gut. Und man erfährt auch ziemlich viel über Balta, finde ich, auch wenn das Phil schon wieder relativiert und sagt, vielleicht ist das ja alles nicht wahr. Ich glaube, das, was man über Balta erfährt, ist wahr, dass er nämlich kein Zölonen ist. und deswegen gefällt mir das alles schon mal, also dass man irgendwie jetzt mal da einen Punkt machen kann. Checkliste, haben wir ja schon gesagt. Also ich mache das ja, Checkliste. Phil hat jetzt kein Kreuz gemacht, ich habe ein Kreuz gemacht. Und ja, mir gefällt auch diese ganze Folterrei und wie sie das visuell darstellen. Auch das hat Phil schon mal gesagt, zwischendurch mit diesem Wassertank. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Freund von Folter-Szenen in irgendwelchen Serien, weil das nämlich immer total nervig ist und das gleiche ist. Aber ich fand das hier gut gemacht. Behandlung, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Und trotzdem war es total unangenehm. Ja, genau. Obwohl die jetzt nicht, dass irgendwie, also die haben da ja keine Gore-Szene oder so draus gemacht, aber war trotzdem extrem unangenehm. Das meine ich aber nicht, weil ich mag die meistens nicht, weil die meistens immer total gleich sind und langweilig sogar, finde ich. Es gibt bei Babylon 5 so eine Folter-Szene, das finde ich, ist eine der, also eine ganze Folge, wo Sheridan gefoltert wird. Ich finde, das ist eine der schlechtesten Folgen der ganzen Serie. Ich glaube, das geht sogar über zwei Folgen und ich glaube, das war jetzt sogar ein ganz fieser Spoiler, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Weil Babylon 5 eine ganz neue Serie ist. Genau, das hat noch niemand gesehen. Oh shit. Auf jeden Fall, das finde ich oft so öde und ich fand das hier ziemlich gut gemacht, weil das eben gut visualisiert war, mit dieser Droge. Und weil man da tatsächlich diese Beklommenheit, die Balter hatte, gemerkt hat und der halt auch echt ein guter Schauspieler ist. Der kann halt echt gut leiden. Genau, der kann halt echt gut leiden, genau. Jaja, das war gar nicht ironisch gemeint. Das hatte ja echt so Jesus, äh, Jesus-Züge, so wie er da mit seinem Vollbart da immer hing, am Kreuz. So, ähm, das fand ich super, das, da würde ich jetzt acht oder neun Punkte geben, tatsächlich, und diesen anderen Quatsch kann ich echt langsam nicht mehr sehen. Da würde ich drei oder vier Punkte geben, da komme ich dann leider wieder, nur weil ich diese eine... Ja, aber du musst ja das Verhältnis gewichen. Genau, das wollte ich ja gerade sagen, weil ich ja dieses, diese A-Handlung natürlich viel stärker gewichte, komme ich dann da leider nur bei sieben oder acht Punkten raus. Ich würde jetzt sagen sieben. Sieben. Punkt. Ben, mach doch weiter. Mach mal weiter. Ach so. Ähm, puh, ja, also ich mach kein Häkchen hinter Walter. Ich bin da auf Filzseite, weil ich, also wir da, glaube ich, einer Meinung sind, dass man das eventuell so interpretieren kann als Zuschauer, aber tatsächlich kein wirklicher Beweis geliefert wird, also von daher kann er für mich immer noch ein Cylon sein. Ähm, ansonsten bin ich da auch bei dir, Tim, was, was die Folge angeht, also ich hätte dieses ganze Vagelöt überhaupt gar nicht gebraucht. dass die hier Stress mit ihrem jeweiligen Partner haben, das wissen wir ja jetzt schon seit zwei, drei, vier, fünf, elf Folgen. Und, ähm, dass jetzt auch noch der Chief dazukommt und auch noch da in diesen, diesen Jammer, Jammerchor dazukommt und sagt, ja, bei mir ist auch nicht so toll, wir haben uns gestritten und so weiter. Ja, toll, interessiert mich nicht. Also hätte ich wirklich nicht gebraucht. Das hätte man auch notfalls in ein oder zwei Minuten abhandeln können. Aber der Rest der Folge hat mir auch gut gefallen. Von daher gebe ich auch im Verhältnis zu dem schlechten B-Teil sieben. Punkt. Punkt, Phil. Ich schließe mich in allem euch beiden an. Toll. Beim nächsten Mal, Ben, unbedingt daran denken, dass wir als erstes sagen, Phil, fang an. Ja, das stimmt. Ich habe doch schon die ganze Zeit zwischenein geredet bei dir. Und du schließt dich auch bei der Punktezahl dann an. Ja. Dann Jan, du hast ja schon ganz am Anfang angekündigt, dass die Folge so schlecht war. Ne, ich habe ja gesagt, nicht schlecht, sondern nur nicht viel an Handlungssträngen und auch an Handlung. Also es wird gefoltert und es wird geweint. Ich wollte dir deine Meinung auch nicht in den Mund legen. Schließlich liebst du ja die Boxfolge. Du bist so ein bisschen spät. Ja, die Boxfolge findet er toll. Jan liebt die Boxfolge. Können wir da nicht so einen Membrox machen? Jan liebt die Boxfolge. Welche Box? Achso, oh Gott, Box von wegen Boxregel. Ich dachte, Box in der Box. What's in der Box? Denner ist in der Box. Sieben. Ah ja, genau, Denner ist in der Box. Ja, eigentlich genauso, wie ihr gesagt habt. Ich bin aber auf Tims Seite, was Balter angeht. Ich fände es, also ja, natürlich gibt es da keine Beweise für, aber ich fände es so. Unzuverlässiger Erzähler. Ist das ein Stilmittel? Ich fände es von der Erzählweise dann sehr, aha, er war doch ein Zylon. Das finde ich ziemlich lahm. Aber würdest du es dieser Serie nicht zutrauen? Aber nicht in so einer, in so einer, dann hätten sie es nicht so deutlich gesagt. Dann hätten sie es mysteriös offen gelassen. Doch, haben sie ja. Nein. Balter hatte einen Fiebertraum. Nee, das, also ich finde am Anfang, das, ja, das ist noch, das ist noch in der Schwebe gehalten. Aber am Ende halt diese Frage, sind sie ein Zylon? Nein. Das ist für mich halt dieses, oh, er war doch einer, aber es waren halt, das haben wir vielleicht nicht ganz so richtig da bei der Folter-Szene klargestellt. Ich finde, das ist so erzähltechnisch, wäre das dann ziemlich, ziemlich banal zu sagen, aha, er war doch einer. Ich war von Anfang an der Bösewicht, weiß dieser Scooby-Doo-Moment. Ähm, ich, irgendwie haben ja die Barszenen, auch wenn die zeitmäßig nicht so viel da waren, ähm, mehr die Laune verdorben als euch anscheinend, oder ich gewichte sie mehr. Und ich finde es halt sehr schrecklich und auch ein bisschen unangenehm, dass das von den ganzen öffentlichen Plätzen jetzt noch ins Quartier reingetragen wird. Also einmal hinter die Vorhänge bei Starbuck und dann hinter die Metalltür ins Privatquartier von, von Lee und Frau. Ich finde auch, die sollten das in der Öffentlichkeit austragen. Nee, aber, Ja, haben die anderen auch mehr zu gucken. Ich habe keinen Bock als Zuschauer da noch mit dabei zu sein, bei denen im Wobei das ja bei Starbuck so mit Privat jetzt ein bisschen übertrieben ist, also so richtig privat war. Das fand ich ja tatsächlich witzig, wie du so dieses intime Gespräch hast und irgendwann geht die Kamera so raus und die sitzen halt auf ihrem Bett hinter so einem kleinen Vorhang. Das finde ich aber eigentlich, das finde ich eigentlich ganz schön dargestellt, weil es halt diesen eigenen Ehrenkodex gibt, wenn die Vorhänge zu sind, dann wird es vollkommen ignoriert und es wird nicht zur Notiz genommen. aber ich gebe der Folge von daher sechs Punkte. Okay, ich dachte, du hast schon sieben gesagt. Nö, ich habe auch nie gesagt, dass ich sie scheiße finde. Dann haben wir vier mal sieben und einmal sechs minus einmal sieben, weil wir es nicht so viert. Mario hat bestimmt eine drei. Wahrscheinlich, ja. Letzte Worte, damit muss ich auch schon wieder anfangen. Das mache ich jetzt jede Folge. Bitte? Das mache ich jetzt jede Folge. Beim nächsten Mal. Dafür kann ich jetzt, was war das nochmal, diese chemische Formel, die du als letzte Worte sagen wolltest? Wie ärgerlich. Adenosin-Triphosphat? dann sage ich jetzt Adenosin-Triphosphat. Ah, dann sage ich Reichsreputations-Hautschluss. Wow. Ich habe als Kind viele lange Wörter gelernt. Was ist überhaupt Adenosin-Triphosphat? Der wichtigste Energieträger in der Natur hast du keinen Biologie-Unterricht gehabt. Ich dachte, das hätte was mit der Droge zu tun. Nein, das hat überhaupt nichts mit der Droge. Gut, dann sage ich Cara Thrace liebt Lee Adama. Oh. Phil. Nein, Ben. Nee, Ben war das das mit dem Reichsreputations-Hautschluss lassen wir ihn nicht gelten. Ja, natürlich, trotzdem ist Ben dran. Ich sage, ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir fassen wir in diesem Podcast auch. da wäre Phil, da wäre Jan, da wäre nicht Tim. Nicht Tim. Nicht Tim ist dran. Also, ich sage ganz einfach, kein Häkchen hinter Balter. Wow. Jan, du weißt, was du sagen musst. Phil? Ich sage Zombie-Kinder. Okay. Und der letzte ist Jan. Balter am Haken. Weil er schwimmt wie ein Fisch. Ja, hör auf, ist okay. Bye. Ciao. Ja, mach. gut. Ade. Ade. See you. See you vom Augen her. Es gibt kein Dino zu Jürgen von der Rücke bei YouTube. Hast du auch richtig gesucht? Ich habe Jürgen von der Lippe Winnetou eingegeben. Das klingt sinnig. Also nein. Zumindest wird es schon mal Auto vervollständigt, wenn man es eingeben will. Ja, wahrscheinlich, weil ich das eben eingegeben habe. Ich habe es sofort gefunden. Ich habe 120 Treffer gefunden bei YouTube. Ja, wenn du irgendwo in ein Auto reinfährst, hast du es auch getroffen. Die Frage ist, ob du es richtig getroffen hast. Wahrscheinlich hat Jan in Wirklichkeit überhaupt gar nicht gesucht, sondern war einfach nur zu faul und hat das jetzt hin machen lassen. Ja, aber der erste ist zum Beispiel ein Nachtstudio. Genau. Ja, das ist das falsche. Du hast recht. Das ist das falsche. Dann kommst du zum Hörspiel Audiobook. Und da ist aber ohne Bild. Okay, du hast recht. Robin Hood von Jürgen von der Lippe gelesen. Auch nicht. Winnetou eins. Live-Hörspiel im Nikolaisaal Potsdam. Das ist nicht von Jürgen von der Lippe. Miss. Aber vielleicht gibt es da auch so einen, aber ohne Jürgen von der Lippe wollen wir das nicht hören, oder? Nee, überhaupt nicht. Diese Was liest du Sendung mit ihm ist auch sehr schön. Kannst du in der Schweiz anscheinend aussuchen, ob du Steuern zahlst oder nicht, also monatlich. Und sonst, wenn du es nicht machst, musst du, also musst du natürlich eine Steuererklärung machen. Wird halt am Ende des Jahres so ein bis zwei Bruttomonatsgehälter an Steuern gezahlt. Aber während des Jahres zahlst du keine. Das klingt nicht sehr attraktiv. Nein, wirklich nicht. Weil da musst du ja wirklich aktiv darauf hinsparen. Das ist genauso mit der Krankenversicherung. Vielleicht könntest du sie austricksen, indem du die letzten beiden Monate unbezahlten Urlaub nimmst. Glaubt nicht. Nein. Nein. Aber man merkt hier, dass die Leute wirklich angemessen bezahlt werden. Ich habe heute von Human Resources eine Mail gekriegt, dass meine Aufenthaltsberechtigung noch nicht da ist. Und ich bin ja immerhin schon fast drei Monate hier. Und dann habe ich die ganz schnell denen zugeschickt und gesagt, oh sorry, habe ich total vergessen in der ganzen hier, das, da abschicken, das hier einreichen und haben die zurückgeschrieben, kann passieren, überhaupt kein Problem. In Deutschland hätte ich da irgendwas Motziges zurückgekriegt, weil die Leute halt überarbeitet und unterbezahlt sind. Hier habe ich den Eindruck, die sind unterarbeitet und überbezahlt. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das sage, aber nein. Bei Human Resources muss ich immer an Person of Interest denken, da waren das nämlich die korrupten Bullen. Die wurden als Human Resources bezeichnet, als HR. Das war nämlich irgendwie so eine Bullengang. sehr gute Serie. Ist jetzt nicht so der erste Begriff, der mit einfallen würde. Ja, ich glaube, von der Serie habe ich zwei Staffeln geguckt, weil du gesagt hast, das wird mega gut. Das ist ja auch mega. Ich habe jetzt endlich angefangen, die zweite Staffel Star Trek zu gucken. Ich dachte, du sagst Leftovers. Nee, das kommt dann auch noch. Letzte Woche schon angekündigt und jetzt immer noch nicht geguckt. Ja, so bin ich halt. Kündige immer Sachen an und führ sie dann irgendwann durch. Die letzte Folge Star Trek fand ich wieder genial. Die habe ich noch nicht gesehen. Die jetzt und Freitag? Ja. Die fand ich auch gut. Die hat ja wieder der Riker. Dann hast du schon die geile Klingon-Folge gesehen, Jan, oder? Ich glaube, die letzte, die ich geguckt habe, war mit Eden. Die war gut, die war auch vom Riker. Das ist auch mal gut, wenn du den Vorspann überspringst, endet es immer genau an dem Punkt, wenn da steht, Directed by Jonathan Frakes. Immer. Das wird immer noch eingeblendet. Immer, egal, auch wer sonst. Nee, aber ich finde es lustig, weil da denke ich mir immer so, okay, die Folge wird gut. Außerdem überspringe ich den Vorspann, ich mag den Musik. Ich mag die bei Eier doch hier im Twitter Channel von Zahlensender über die Kirche von Eden. Das ist die Lost-Kirche, oder? Der Typ hieß auch Jacob, der in der Kirche gearbeitet hat. Ja, genau. Und der ist nämlich der Erleuchtete, der nachher die Batterie bekommt. Und mit dieser Batterie kann die Insel, auf der die natürlich wohnen, sich bewegen. Und da ist auch dieses Kirchenfenster mit den ganzen Symbolen der verschiedenen Religionen. Also das ist die Erde im Beta-Quadranten. Genau. Star Trek Lost. Star Trek Lost. Das ist die neue Erde. Star Trek Lost. Das ist die Insel, ganz einfach. Die war noch der Insel. Und der Planet, die Erde, weil die eigentliche Erde existiert dann gar nicht mehr und diese von den 200 Jahren raus teleportierten Überlebenden sind die neue Menschheit auf der Insel. Ja, genau. Also hast du die Klunkohonen-Folge noch nicht geguckt. Nö. Dann kommt die als nächstes, weil die kommt nämlich nach Ihnen. Kannst du dich ja auf das freuen. Kannst du auch einfach gleich überspringen. Ja, kannst du auch machen. Wie alles mit Klinkohonen zu tun hat. Und wir haben dir ja schon erzählt, dass die Klingonen wieder Haare haben. und diesen komischen Tyler, den finde ich auch seit jeher nervig. Ich habe mich so gefreut, dass der nicht mehr dabei war. Dieser Tyler, den sind auf irgendeinem Klingone. Achso, den die umoperiert haben als Mensch. Ja, und dann auf diesem komischen Gefangenenschiff gefunden haben und nichts Besseres zu tun hatten, als ihn direkt zum Sicherheitschef zu machen. Einen unbekannten Idioten. Ja, weil der vorherige halt gestorben ist. Ja, weil er so gut kämpfen kann. Der ist ja bei diesem Monster gestorben, oder? Was willst du da denn anderes machen? Sie, genau. Oh, da ist ein neuer. Der sieht sehr vertraut. glücklicher Zufall. Genau. Er erinnert mich zwar an einen Klingonen, aber naja. Er spricht fließend klingotisch, das ist perfekt für unsere momentane Situation. Aber es erinnert mich an, zweiviertelstündigen Fanfilm für Pen-and-Paper-Rollenspieler Enthusiasten. Da stirbt eben auch ein Spielercharakter und dann muss er einen neuen auswürfeln und dann trifft eben die Gruppe diesen neuen Spielercharakter. Hey, hello there. Und dann sagt er immer, my name is Magellan oder sowas. I'm a magician. You seem trustworthy. Do you want to join our adventures? Yes, I will. Und er meint da weiter vor, spielt es bitte realistisch aus. Ihr habt gerade gegen Banditen gekämpft. Genau so war das. Willst du unser Sicherheitschef werden? Der Posten ist gerade vakant. Während der so die blutige Uniform wegwirft. Wir sind ja schon bei Sendung. Kann ich das auch in Sendung reinkopieren? Aber getan. Dauert wohl eine dreiviertel Stunde. wenn ihr irgendwann mal Zeit habt sowas zu gucken. Ich fand es immer sehr lustig. Vor allem wenn man selber mal Rollenspiel gespielt hat. Ich habe noch nie ein Pen und Paper Spiel gespielt. Aber ich habe neulich das auf Rocket Beans geguckt. Das war gut. Tabor. Tabor. Das war echt gut. Und wer hat das geleitet? Florentin. Und Tauke hat selbst mitgespielt. Die nächste Folge schon im Januar. Die erste Folge fand ich auch besser, aber ich habe mich sehr auf die zweite gefreut und die war auch noch gut. Das Ende war anders als ich es erwartet habe, aber nicht schlecht. Ist jemand gestorben? Gerade oder in dem Pen und Paper? Ne, jetzt gerade. Ich bin da. Bin nur ein bisschen malat, was die Stimme hat. Ein bisschen Malaria. Ein bisschen Malaria. Ich bin seit Wochen so daueran, nicht richtig krank, aber so die ganze Zeit rotzig. Du auch? Es reicht nicht, um daheim zu bleiben. Bei mir kommt und geht das auch. Jetzt am Wochenende ist es wieder ein bisschen gekommen. Jetzt gerade denke ich, hoffe ich geht es wieder. Aber ich sehe momentan total viele Leute, die sagen, die werden nicht 100% fit. Ich habe den Verdacht, dass die Menschheit sich langsam selber abschafft. Ja, das ist aber auch kein Verdacht mehr. Also ja, diesmal mit Krankheit. Hast du denn jetzt weiter geguckt? Letzte Woche war bei uns hier auch so eine Klima-Demo oder für das Klima gegen Klima-Einsatz. Von den Schwänzern? Total. Diese Schwäne und in der Schweiz da haben die glaube ich schon frei gehabt. Das war um ein Uhr nachmittags Freitags. Wer hat denn um die Zeit noch Verpflichtungen? Mein Professor ist da hingegangen, während ich die Vorlesung vorbereitet habe. Richtigste Wege Rettet die Erde dachte ich, dann dachte ich, eigentlich machen wir das, wenn wir genauso weitermachen. Die Erde ist dann gerettet. Ja, die Erde, die bleibt so oder so übrig. Ja. Und dann liefen da so zwei 14-Jährige oder so, auf jeden Fall sehr jung, von mir entlang und haben geraucht, wo ich dachte, warum gehen die da hin? Die erleben das dann eh nicht mehr, wenn die so weitermachen. Und ein Mädchen hat ein Schild hochgehalten Fuck me not climate, wo ich dachte, was ist denn das hier? Piddle Fishing oder was? Die brave Schwiez. Was wollte ich fragen? Achso, hast du den jetzt weitergeguckt nach der Klingonen-Folge, Phil? Ja. Ich bin, bis auf jetzt die von Freitag bin ich auf dem Laufen. Ja, weil beim letzten Mal hast du gesagt, du hast bei der Klingonen-Folge aufgehört. Ja, da musste ich erst mal, hat mir die Angst nehmen, dass das jetzt so weitergeht. Das haben wir ja dann getan. Ja, genau. Also ich finde die zweite Staffel bisher sehr gut, bis auf die eine Folge. Ja, naja, sehr gut finde ich es nicht. Aber ich tue mich halt immer noch so ein bisschen schwer mit dieser Hauptdarstellerin, weil das ist alles immer so. Ja, die finde ich auch ein bisschen anstrengend. Das ist so eine Drama. Ja, das stimmt. Und die kann alles. Die wird auch für alles immer eingetragen. Star Trek normal, da kann immer jeder alles. Nee, das stimmt nicht. Da gibt es normal immer ganz verteilte Rollen. Ja, was kann Spock denn nicht alles? Genau. Ja, die lachen eigentlich. Verdammt. Also von Michael auch nicht gut. Spock nur, dass sie noch besser mit Menschen kann. Ja, sie ist Spock 2 quasi. Sie könnte seine Schwester sein. Sie könnte fast seine Schwester sein. Aber ich mag den, äh, den, den Käpt'n momentan sehr gern. Den find ich gut. Ich find's auch schön, dass sie Käpt'n Pike eben da reingeholt haben, den man ja so aus dem Enterprise Universum nur als The Predecessor kennt. Aha. Also den Vorgänger von Picard. Ja, ich weiß sowas ja nicht. Ich guck ja gar nicht aus dem Aufmerksam. Den gab's auch nicht lang. Der hat in dem Pilotfilm mitgespielt. Und, äh, der ist ja dann, da haben sie dann alle ersetzt, alle, die im Pilotfilm mitgespielt haben, außer Spock. Ja, in dem Reboot war er da ja jetzt auch. Reboot? Achso, ja, da war ja der, 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 ähm, genau, der ältere. Admiral. Ja, Admiral. Ja, da haben sie ihn ja relativ, äh, ja, schnell wieder entsorgt. Er war Käpt'n, hat sich als Geisel austauschen lassen und dann wurde, äh. Nee, der wurde doch von, von Kahn umgebracht. Achso. Bei diesem Treffen. Achso, das mit dem Staub zerfallen, da war er nicht bei, oder? Am Anfang von dem Film, wo, da waren doch alle irgendwie getötet worden. Ich dachte, da wäre er schon tot gewesen. Ich glaub, du bist jetzt grad bei Avengers. Nein, nee. Hab ich aber auch dran gedacht. War das nicht so in dem Film mit Kahn, dass da am Anfang die ganze Admiralität umgebracht wurde? Ja, da würde er ja auch umgebracht. Von diesem Shuttle. Ach, dann wurde er doch da umgebracht. Ja, ja, genau. In dem Meeting. Ah, dann hab ich das verwechselt, dann ist der nicht zu Staub zerfallen. Ja, irgendwann vielleicht schon, aber. Wenn sie ihn nicht wegräumt haben. Was denn mit dem Admiral nach? Was, den kennst du noch gar nicht, Jan? Nee, den hab ich noch nicht gesehen. Aber ich weiß mittlerweile, was es mit diesen Auflösungsmemes auf sich hat. Mr. Stark, I don't feel so gut. Aber wir haben auch jetzt alles gemacht von Hawkeye, von dem neuen Trailer, wo sie eben gesnipst wird und seine Haare an der Seite lösen. Ja, ich freu mich schon auch auf die super relevante Rolle, die der mit seinem Bogen spielt, wenn es darum geht, diesen Typen zu besiegen, der mit einem. Ja, aber der hat doch dann ein Schwert, oder nicht? Hat der nicht so ein Samurai-Schwert dann plötzlich wieder? Das ändert natürlich die Lage. Ja, ja, ein Schwert kann ja die Hand abhacken. Ja, das hilft ihm auch viel mehr als im ersten Avengers-Film, wo er auf den Wolkenkratzer gesetzt wird, wo irgendwann die Pfeile alle sind. Gut festhalten, Legolas. Verdammt. Ersatzpfeile sind unten. Dann läuft die Treppe herunter, wie bei Asterix und Obelix der oberen Bogen. Ja, das hat schon seinen Grund, dass man irgendwann aufgehört hat, Bogen in der Kriegsführung zu verwenden. Ja, Munition kann aber auch unten liegen. Ja, die ist aber kleiner, also da kannst du mehr am Körper tragen. Ja, aber schwerer. Na gut, das kommt doch zu einem. Naja, ich glaube jetzt nicht, dass eine Kugel mehr wiegt als ein Pfeil. Nee, das glaube ich auch nicht, das stimmt. Aber du verschießt in der Regel mehr in der Sekunde. Ja, hast ja auch. Da musst du einfach besser treffen, dann brauchst du nicht so viel Kugel. Und der trifft ja perfekt. Ja, ja. Genau wie Legolas. Außer den einen Org bei Helmsklamm. Legoland. Den einzigen, auf den es drauf ankam. Den mit der Fackel. Immer vorgegangen. Ja, ja. Wobei, den hat er ja oft genug getroffen, ist halt nur nichts passiert. Ja. Der hätte auch so rotierende Pfeile wie Orgei gebraucht. Der schießt immer zwischen die Augen. Bei allen anderen Orgs. Außer bei diesen. Vielleicht hat er in den Augen der Trailer für Toy Story 4 raus. War ein Inside-Job. Mhm. Oh mein Gott. Ja, interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. Also Toy Story. Moment, 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 Moment. Moment. Das Soundpoint. Versaut. Muss ich beim nächsten Mal machen. Beim nächsten dramatischen. Ah. Ich habe auch noch nie Toy Story geschaut. Den ersten, den habe ich sogar im Kino gesehen. Den ersten habe ich auch im Kino gesehen. Danach war ich total traumatisiert von diesen misshandelten Spielzeugen. diese Puppenkopf auf dem Spinnenkörper und so weiter. Hat da nicht Randy Newman die Musik für gemacht? Du hättest jetzt so Grillenzirpen einspielen. Das habe ich nicht. Ich habe heute eine Folge Rechtsbelehrung gehört und habe gelernt, dass es einen Porno gibt, der verboten wurde, weil eine der Darstellerinnen auf ihren Hintern ich glaube, das Sandmännchen tätowiert hat. Irgendwas, was einem öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland gehört. Können jetzt nicht einfach wegretuschieren? Ja, haben sie bestimmt auch irgendwann. Muss ich sofort kaufen. So, Moment. www.pornosandmännchen.de Porno verboten. Jetzt kriegst du bestimmt genau den mit dem Sandmännchen. Ja. Sandmännchen. Weil sie uns zuführen. Steht nichts. Ihr lügt. Ah. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Toll. Ich habe das jetzt in meinem Suchverlauf. Dafür kann ich ja nichts. Cara Trace liebt mir Dauer. Das ist der beste Witz, den du seit langem gemacht hast. Oh. Ich glaube, ich muss gehen. Ich glaube ja, Tim macht das auch schon komplett. Glaubst du? Ja, ich glaube, du machst das mit Absicht. Es gibt übrigens gerade bei Steam, falls es jemand von euch interessiert, Tim, du hast das ja schon, hier Battlestar Galactica Deadlock im Angebot. Aha. Was ist das? Wie ist das eigentlich? Das kann dir Tim erzählen. Überlegen, ob sich das lohnt. Im Angebot vielleicht. Für das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, nein. Okay. Ich habe, glaube ich, 35 Euro bezahlt. Ja, okay, hier gibt es jetzt die Season 1 für 37 Euro 6. Was auch immer Season 1 ist. Ich weiß nicht, da würde ich das nicht verkaufen. Also habe ich doch schon geguckt. Hä? Was? Wir sind doch schon in Staffel 3. Also du kannst so zwei Flotten zusammenstellen im Multiplayer und die kämpfen halt gegenseitig. Hier, das Basisding kostet 15 Euro. Ja. Was interessiert mich der Multiplayer? Im Singleplayer, da hast du halt so ähnlich, ich weiß nicht, ob du das so wie so Schlacht auf, Schlacht auf, Schlacht auf Mittelerde, kennst du das? Da gab es auch so einen Kampagnen-Modus. Das war aber, glaube ich, auch. Mit so einer Karte, wo du deine Armee hin und her geschoben hast. Und so ähnlich ist das hier auch. Du hast so eine Karte, da schiebst du deinen Flotten hin und her und ab und zu musst du dann halt kämpfen oder dauernd musst du dann halt kämpfen. Sag ich doch irgendwas. Und das spielt irgendwie im ersten Zylon-Krieg oder? Ich glaube, Ja, da war mein PC damals zu schlecht. Nein, das gibt es noch nicht so traurig. Für Schlacht um Mittelerde? Ja, für Schlacht um Mittelerde. Was? Wow. Da hatte ich einen sehr alten Gameboy. Aldi-PC mit Windows ME. Wann kam Windows ME raus? Aber das kam schon, genau, das kam ja 2000 oder 1999 muss das rauskommen. Nee, das kam 2004 kam das raus. ME, nicht, nie im Leben. Nein, nein. Genau, das Spiel kam nämlich 2004 raus, wollte ich auch sagen. Windows ME. Und das ist wirklich das schlimmste Windows, was es jemals gab. Ja, das stimmt. Ich bin auch dann sehr schnell auf Windows 2000 gewechselt, obwohl das für Spiele noch schlechter war. Erstmal, aber wenigstens stabil. 14. September 2000. Ja. So viele Blue Screens habe ich seither nie mehr erledigt. Tja, und wenn man jetzt Schlacht für Mittelerde kaufen will, kriegt man es nicht mehr. Ja, du kannst auch nicht mehr spielen. In Multiplayer ist total scheiße, weil die die Server dicht gemacht haben. Das war meiner Meinung nach... Ja, nee, das ganze Spiel kannst du nicht mehr kaufen, weil EA die Lizenz für Herr der Ringe nicht mehr hat. Die dürften es nicht mehr verkaufen. Das heißt, es werden auch keine mehr gepresst, das darf nicht digital verkauft werden, es gibt quasi nur noch die Exemplare von damals. Gut, dass ich es habe. schon hat. Ja, ich auch. Ich habe nicht so ein anderes Herr der Ringe Strategiespiel gespielt, weil ich das eben nicht spielen konnte und das war voll cool, aber ich weiß nicht mehr, wie er es hieß. Aber ich fand wirklich, Schlacht um Mittelerde hatte eins der besten Multisplayer-Modi. Das war sehr simpel eigentlich, weil du immer so, du konntest nicht überall bauen, sondern nur an so bestimmten Stellen, hattest deswegen aber auch immer so konkrete Ziele, die du einnehmen musstest, um da dann irgendwie so einen Außenposten zu bauen. Du konntest auch die, also wenn du die großen Basen gebaut hast mit den dicken Mauern auch diese richtigen Belagerungen machen, das hat richtig Spaß gemacht. Und du konntest, wenn du schon fast am Ende warst, konntest du das ganze Spiel nochmal rumdrehen und gewinnen. Das fand ich super. Das ist mehrmals passiert, wenn, das habe ich irgendwie mit Scherend oder so öfter mal gegen Fremde gespielt, halt wirklich in so einem 2 gegen 2. Ja. So richtig. Und es waren auch richtig dicke Schlachten teilweise. Hunderten Einheiten. Ja. Das fand ich auch gut. Und das Schere-Stein-Papier-Prinzip war halt sehr klar. Die Reiter sind gegen die Isengards schlecht gewesen mit ihren Piken. Und die Helden waren eh alle gut. Wir konnten alle was Verschiedenes. Der Legolas war auf den höheren Leveln, war der ganz schön krass, weil der so schnell geschossen hat und mit jedem Schuss einen Ort geblendet hat. Ja. Wahnsinn. Das war das. Lord of the Rings, War of the Ring. Das habe ich gespielt. Okay. Das kenne ich glaube ich nicht. Das kenne ich auch. Ja, das war auch nicht so, das war quasi so eine Art Warcraft 3-Klon, glaube ich. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr danach aus. Es war auch lustig, dass wenn du gut genug gespielt hattest, du die Helden auch in der Kampagne retten konntest, obwohl die da eigentlich sterben sollten. Okay. Du konntest mit Gandalf den Ballrock besiegen, dann ist Gandalf nicht gestorben. Okay. Oder du hast mit Boromir hier den Org-Anführer umgebracht, dann wurde Boromir nicht erschossen. Ah, okay. Dann hast du ihn die ganze Zeit über gehabt, das fand ich cool. Die Kampagne, die habe ich, die habe ich echt, die habe ich ein paar Mal durchgespielt. Ich auch, ja. Aber die kamen recht nah aufeinander. Die War of the Ring kam 2003. Ja, da kam ja alle Hand um die Zeit. Ja, wegen, wegen Film. Verstehe ich ja auch, wenn die wenn die die Dauer voll ausnutzen müssen, solange sie die Gezents haben. Ja, und die sind ja auch gut. Also gute, gute Buch, Film, Spiele immer gerne. Ja. Schlechte nicht. Und es war kontrovers, Jan. Kontrovers. 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 Ein ganz heißes Eis. Und Schlacht und Mittelherde 1 war viel besser als Teil 2. 2 mochte ich nicht, weil du da auch frei bauen konntest. Das hat das ganze Spielprinzip kaputt gemacht. Das hat sozusagen schon den Hobbit vorweggenommen. Bei Shadow of Mordor. Das schneidest du jetzt aus und schickst das Bovan als Soundfam. Ja. Shadow of Mordor fand ich auch gut. Aber wir können Bovan das schicken. Der Hobbit, die Filme, ist schon scheiße. Ja, der erste ist noch okay. Da stimme ich mit dir zu. Der erste ist okay. Der dritte ist grauer. Der dritte besteht ja nur aus Krieg. Ja, diese Rechtfertigung von wegen Jackson erzählt halt das, was passiert ist im Buch, das ja aus Bilbo's Sicht geschrieben ist, ist er da ohnmächtig. Deswegen wird das ja alles nicht erzählt in dem Buch. Sonst würde es ja auch erzählt werden. Aber der Film erweitert ja nur unser Wissen im Universum. So ein Bullshit. Aber wenn du keinen Kampf gezeigt hättest, hätte sich das ja niemand angeguckt. Ja, vor allem irgendwohin muss er das ganze Geld, was wir für CGI eingeworben haben. Ja, ist doch klar. Der Org, ne? Diese ganze Handlung, das ist ein Satz, ein Satz auf den ersten 30, 40 Seiten des Hobbits. Ja, der hat ja auch nicht 200 Seiten oder so. Bei halt dem Kampf vor Moria durch einen Org getötet wurde. Und dann verdammt sei der Org, sagen dann die anderen Zwerge. Und daraus haben die dann diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser einarmige weiße Albino-Org überhaupt heißt. Weißer Albino-Org, das war auch unnötig. Du meinst den mit der weißen Haut? Genau. Der aber auch nur einen Arm hat, eine Hand hat. Arzog. Ah, genau. Arzog, der Schlechter. Der Schlechter. Der Schlechte. Aber Schlecht. Das wäre auch gut gewesen. Mordo habe ich mir auch durchgespielt. Das war ja dieses Assassin's Creed Genreilen-Spiel. Ja, ja. Jetzt müsste man nur noch einen Assassin's Creed-Style im Star-Wars-Universum machen. Als Kopfgeldjäger. Da wäre ich auch dabei. Ach, ja. Ja, aber mit weniger Klettern. Da hast du ja einen Raketen. In Reconescent. Ja, genau. Jetzt unter drei Stunden lang hochklettern. Den zweiten Teil wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Ja, jetzt kann man den ja auch spielen, wo sie das ganze Micro-Transaction-Scheißzeug rausgenommen haben. Ach, so. Ich hatte das eh erst irgendwann später, als es das mal im Angebot gab. so habe ich ganz viele Spiele bei mir in der Bibliothek liegen. Ich kaufe mir nur noch Spiele, die ich jetzt auch sofort spiele. Das ist so weiße und gut. Ich habe mir jetzt Trübenbrock gekauft und auch sofort gespielt. Ich freue mich immer noch drauf, wenn ich Witcher 3 spielen werde. Endlich noch all der Zeit. Findest du es gut? Das habe ich nämlich auch. Also, aber das habe ich nur, weil ich das irgendwann mal gebackt habe. Das hast du tatsächlich schon. Ach so, weil du es gebackt hast. Ja. Ja, also ich habe es jetzt erst eine Stunde gespielt. Es ist sehr leicht, aber es macht schon Spaß. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, dass das leicht ist. Sehr leicht. Nee, läuft mir voll rein. Weil sonst die Adventures sind nämlich eigentlich nervig. Ja, das ist frustrierend, wenn die, ja, da habe ich keine Zeit mehr für. Das finde ich auch so interessant, dass Leute halt alle sagen, ah, das ist so Dark Souls-esk schwer, das ist voll gut. Ich habe da einmal reingespielt, weil halt viele Leute sagen, Dark Souls, Dark Souls oder Bloodborne, das ist echt nicht meins. Ja, ich muss es so rum sagen, ich habe, ich habe, ich will nicht mehr mich so lange an irgendwas abfrusten für dieses kurze Erfolgserlebnis, es dann irgendwann zu schaffen. Ich bin keine 15 mehr. Nee, das stimmt. Ja, also ich finde es schon schön, vor allem die Grafik ist sehr schön. Oh ja, mit den richtigen Hintergründen. Ja, genau, und das hat so einen leichten 3D-Look. Du verschiebst so ganz bisschen, wenn du dich bewegst, die Perspektive. Also das bringt eigentlich gar nichts, aber es sieht sehr schön aus. Ja, das ist ja alles auf Modelllandschaften gefilmt. Das dachte ich mir schon, so sah es nämlich auch aus. So, Biorama-mäßig. Genau, und dann haben sie quasi die Figuren per Computer eingefügt. Ah, okay. Müsste mal gucken, bei Rocket Beans haben die das komplett durchgespielt. Die haben Beans Versus draus gemacht. Da haben die einfach den ganzen Tag über nur dieses Spiel gespielt, bis sie durch waren. Ah, okay. Ich glaube, ich spiele es lieber vorher selber. Das ist ja irgendwie von der Bild- und Tonfabrik, das sind die, die dem Böhmermann seine Sachen machen, die Filme produzieren. Die waren dann auch da und haben ein Interview geführt mit den Machern und so Making-of gefilmt und so was. Muss ich mal gucken. Also da ist einiges bei denen dazu. Aber das sieht man am Anfang im Intro schon, das sieht nämlich genau aus wie so ein Modell-Eisenbahn-Landschaft. Wenn ihr da mit seinem VW-Bullider-Berg hochfährt. Habe ich direkt gedacht, die da aus ist, hätten sie es von der Modell-Eisenbahn ab. Ja, haben sie auch. Ja, das wollte ich mir auch noch holen. Sowas sollte man unterstützen. Ja, finde ich auch. Aber nur, wenn man es spielt. Ja. Bei Clique Adventure kann ich immer spielen. Wobei, das ist ja wirklich auch total easy gemacht, weil dir das Spiel ja, wenn du irgendwo ein Item benutzen kannst, die auch nur das Item anzeigt, das du benutzen kannst. Richtig, du hast zwar ein Inventar, aber kannst gar nicht reinklicken, das nur zum Ansehen. Du kannst nur gucken, was du hast, genau. Das klingt tatsächlich. Der Will freut sich schon. Ja, du bist immer noch ein bisschen leise, glaube ich. Schönen, leichten Erlebnis. Deswegen, ja, okay, dann liegt es daran, wie hieß das jetzt? Trüberbrück. Trüberbrück. T-R-Ü-B-E-R. Nee, T wie Tango. Genau. Tango-Romeo-Ü-Ü. Das NATO-Alphabet hat kein D. Hier könnte ich lieber die Houston, wir haben ein Problem. Fuck. Trüberbrück. Ja, mit zwei O am Ende, glaube ich. Pegel, Pegel. Gibt es das seit letzter Runde, oder? Offiziell? Jetzt halt kurz, ich habe die E-Mail irgendwann kurz. An dem Release-Tag haben sie das dann gespielt bei den Bohnen. 12. März. Und kostet 25 Euro, glaube ich, immerhin. Ist ja in Ordnung. Ja. Ist aber auch, glaube ich, nicht so lang, aber ist mir auch recht. Ja, ich rechne es mittlerweile immer gegen mit Kinopreis. Ja, genau. Ja, das ist wohl wahr. Ja, dann bin ich aber mal gespannt auf das Spiel, was ein schlechteres, schlechteres, äh, das hat. Ja, gibt es, glaube ich, keins. Ja, Leute sind, sind irgendwie bei sowas geiziger als, äh, als bei jedem Kinopreis oder so. Ja, ist okay, aber, oh, 1999. Naja, du musst ja beim Kino auch noch die, äh, 40 Prozent Werbung dazu rechnen, die du vorher noch gucken darfst. Naja, oder in der Schweiz noch mittendrin. Ah, okay. 10 Minuten Werbepause. Echt jetzt? Ja. Das ist, weißt du, du bist mitten im Film und ich dachte, okay, das war vielleicht nur bei dem, wir haben da ja, äh, wie hieß dieser mit Lady Gaga? Genau, den haben wir geguckt und, ähm, das war, ich war gerade wirklich emotional im Film. Süß. Ich war kurz davon, Träne abzudrücken und dann 10 Minuten Werbepause. Fick dich, kauf Snickers. Und da war die Frau meines Mitarbeiters in, äh, hier, Bohemian Rhapsody und die meinte auch, boah, das war ein so guter Film, guter Moment, aber Werbepause. Nutzen Sie zum Einkaufen, gehen Sie pinkeln, was auch immer. Wortex. Ah. Wenn hat jemand dann heiß? Das regt mich schon im Fernsehen immer so auf, wenn du, wenn du merkst, oh, das Logo verschwindet aus der Ecke, jetzt gleich kommt Werbung mal wieder zum genau richtigen Zeitpunkt. also falschen Zeitpunkt. So, mal gucken, ob ich nach ein paar Monaten mein Steam-Passwort noch weiß. Falls, falls du dir das jetzt wirklich kaufen willst, ich seh gerade bei GOG, gibt es da 15% Rabatt, wenn du es über die Rocket Beans Homepage kaufst. Oh, verdammt. Sie sparen 4,50 Euro. Dann hab ich das nicht gemacht. Es gab nämlich auch so 10% Rabatt. Was ist denn GOG? Game of Thrones. Nein. Good Old Games. Kennst du nicht GOG? Gut. Das ist die Konkurrenz zu Steam quasi. Aber ohne die Feel Rights. anderes. Genau. Ja, die haben halt mehr Algen der in... Nee, also ich bin davon weg auf diese ganzen unterschiedlichen Plattformen. Ah! Deswegen gehen wir auf viele Spiele. Man muss immer auf unterschiedlichen Plattformen. Nicht auf eine festlegen. Niemals. Wie viel andere außer weg? Wenn du möchtest, wenn du möchtest, Jan, kann ich aber, dass du nicht nochmal irgendwann so unsicher bist, kann ich dein Steam-Passwort verwagen. Ah, nee, ich hab's gewusst. Ich hab's tatsächlich direkt gewusst. Ah, der Wii ist online. Außerdem, wenn du dir Witcher 3 kaufst, dann kaufst du das natürlich auch bei Good Old Games, weil das dann nämlich mit allen Add-ons und so 20 Euro da kostet. Ich hab das ja irgendwann bei so einem Winter- oder Summer-Sale gekauft und hab's schon nie gespielt. Ja, aber dann sind da nicht mal, ist da nicht mal die Musik dabei und so. Ja, ist unglücklich. Ein stummes Spiel. Nein, zusätzlich. Er meint den Soundtrack, weil ich mir immer spiele Soundtrack. Ach so. Weil das gibt's nämlich bei GOG immer mit allem drum und dran, weil das ja die Macher von The Witcher sind. Auf GOG. Aha, GOG. Was? dann kauf ich da nichts mehr. Warum? C-O-C-K. Was? Wieso? Da hab ich mir vor einer Weile Mafia 3 gekauft für wenig Geld. Und ich hab's übrigens durchgespielt. Ich hab's irgendwann auch Ich hab's durchgespielt. Also den Story-Part. Ja. Den wichtigen Teil. GOG.com Ich hatte nämlich noch an den überschwemmten Vergnügungspark, aber das war ja noch relativ am Anfang. Aber da musst du dir dann auch wieder ein extra Programm runterladen, um das Spiel zu treiben. Ja, das ist ziemlich am Anfang. Und das mit dem, wo man mit den So richtig, das ist glaube ich die erste Zeit der Story-Bizion. Achso. Wo man mit den Booten durch die Kanäle fährt und das ist auch der Einbruch. Ja, ja, aber mit dem Code von den Rocket Beans Das ist ja Probe-Code. Verdammt. Ah, okay. Probe-Code. Aber, oh Gott, was haben die denn hier bei Steam geändert? Ich fand das schon auch ganz gut. Drag, friends and cats here for easy access. Ja, deshalb spiel ich ja mittlerweile so ein Spiel einfach so viele Tage wie möglich am Stück, weil wenn ich zu lang aufhöre, dann so geht's mir auch. Jetzt hab ich den Read and easy access. Ich war schon weiter als Deptolog, aber da erinner ich mich halt noch dran. 43 Stunden. Ich würd sagen, wenn der Jan jetzt das Spiel kauft, dann spielen wir einfach zusammen das Spiel und nehmen das auf. Genau. Okay. Ach, das kann man zu mehreren spielen? Nein. Aber wir können dabei zuhören, wie du die Rätsel nicht machst. Wir können alle sagen, mach das, mach das. Nein, mach das. Nein, das haben wir doch gemeint. Rollen, rollen. Rollen. Ist ja geil. Was? Du bist reich? So, was ist denn jetzt GOG.com? Oh je, was haben wir da nur angerichtet? Der Detail des Teams. Das ist aber seltsam, dass du das nicht kennst. Das kennt doch jeder. Nee, ich nicht. Das sind die hohen Spieleverkäufer. Hier at GOG.com, we combine hard work with fashion for gaming. Ja, nicht diese Steam-Nazis, die überall sind. Oh Gott, die haben auch, wir haben ein Office mit Essen. Office auf Rädern. Auf, auf. Ah, die sind in Polen? Ja. Ja. Interessant. Ich glaube, dass wir das eben schon gesagt hatten, aber naja, was soll's. Ja, wir haben gesagt, das sind die Witcher-Macher. Nee, manchmal höre ich dich nicht, Ben, wenn die anderen rein... Wenn ich keine Lust habe. Ja, aber die anderen haben das gesagt. Ich dachte, du hast das gesagt. Nein. Ja, und GOG, die heißt, sie sind mal so gestartet, dass sie die ganzen alten Spiele wieder aufbereitet haben, die es eigentlich nicht mehr gab. Und die gibt's auch immer noch da. Und deswegen sind die auch... Ich hab mir da zum Beispiel Alpha Centauri gekauft. Uh. Da kannst du auch TIE Fighter kaufen. Das hab ich auch. Wie soll denn mein... Ich hab keinen Gefallen. Ja, inzwischen gibt's... Sag mir mal meinen Benutzernamen. Bitte? Meinen Benutzernamen. Jan. Nee. Kein Haken hinter Balter. Kein Haken hinter... Nee, das ist auch... Das wird der Folgentitel. Nein, Haken hinter Balter. Ja, jawohl. Ich hab gewonnen. Klammer auf, K, Klammer zu, ein Haken hinter Balter. Genau, so können wir das machen. Das wird der längste Name angezeigt. Lässt dich nur schlecht im Dateinamen darstellen. Ich find das immer so schwierig, mir Benutzernamen auszudenken. Jan. Ich bin da mittlerweile ganz kompromisslos. Jan gibt's wahrscheinlich auch. Ich bin bei den gleichen. Das erste Ding, was ich sehe, so ist der Benutzername. Monitor. GOG.com Deshalb heiße ich auf Twitter Ihr Reiseplan. Ja, das war witzig. Monitor, Benutzername bereits vergeben. Hast du wohl in der Bahn angelegt. Firefox. Oh, vergeben. Wahrscheinlich ist Jan noch verfügbar. Das wäre lustig, ja. Jan. Jan. Benutzername bereits vergeben. Ja, ist zu kurz. Steam Benutzername. Ah, den gibt's noch. Hast du auch ein Passwort-Safe, in dem du dir den merken kannst? Steam Benutzername? Nee. Ich muss mich bei Steam nur ändern in GOG Benutzername. Ich wollte eigentlich gucken, wie ist denn mein Steam Benutzername. Dann könnte ich ja den gleichen nehmen. Das wäre doch lustig. Aber nicht das gleiche Passwort nehmen. Oh, Diablo 1 wird beworbt. Das habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Oh, das wollte ich mir sogar eventuell kaufen. Das ist nämlich erst ganz neu da. 8,89 Euro. Ja, es gab lange Zeit kein Diablo. Ich hätte noch mal Bock, Diablo 2 mit anderen Leuten zu spielen. Ja, Diablo 3 könnte ich dir anbieten. Das habe ich. Das habe ich nicht mal. Ich fand Diablo immer blöd. Spielst du mit? Der teilweise. Was? Der teilweise. Aber das fand ich früher lustig, heutzutage nicht mehr. Die teilweise. Du kannst doch einfach deinen Nickname ändern, der angezeigt wird, oder? In Steam. Wenn du das nicht mehr lustig findest. Mhm. Dann kannst du doch... Ja, das ist alles so viel auf... Der ganzheitlich nennen oder so. Nee, das ist ja kein ganz wirkliches Sportspiel. Teilweise. Und teilweise ist es schon auch nicht lustig. Aber es gab ja neulich den Podcast über Diablo bei Stay Forever letztes Jahr, glaube ich, kam der. Und danach hatte ich echt Lust, Diablo zu spielen und habe sogar geguckt, das irgendwo runterzuladen und habe es aber nicht zum Laufen gekriegt. Da bin ich mir nämlich sicher, dass es das damals nicht gab bei GOG. Tim will Diablo. Und jetzt habe ich aber keine Lust mehr, es zu spielen. Ich glaube, wenn ich das jetzt kaufen würde, würde ich es wahrscheinlich eine halbe Stunde spielen. Ja, das ist oft so bei so alten Sachen. Darf ich meinen Benutzernamen Tim will Diablo nennen? Ich kann es dir nicht verbieten. Ich will für eine Stunde spielen. Tim will Diablo für eine Stunde spielen. Nicht so. Achso, genau. Und der Clou ist, dass die ganzen Sachen DRM-frei sind bei GOG. Ja. Jetzt überlegt Tim gerade. Äh, Jan. Was meint er damit? Dass sie was? DRM. Delta Romeo Mike. Delta Romeo Mike frei. Was heißt das denn? Digital Rights Management. Delta Romeo Rite Frey. Dass diese drei Buchstaben nicht in den Spieletiteln vorkommen. Meinst du Delta Romeo Rite Frey? Ja. Delta Romeo Foxtrot Trudio Radio Check. Ich verstehe nicht, was du meinst. GOG hat einen Nachteil gegenüber Steam. Da gibt es nicht diese dummen Sammelkarten zu jedem Spiel, die man verkaufen kann. Oh Gott, das nervt mich so. Ich finde das großartig. Ich verdiene so viel Geld mit diesen scheiß Sammelkarten. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass die Leute dafür wirklich Geld ausgeben. Ich hatte einmal in meinem Inventory so eine Karte, die hat es nicht ganz da reingeschafft. Die hat halt nur Fehler in meinem Inventory erzeugt und dann war meine ganze Seite irgendwie nicht mehr da und dann musste ich komplett Steam runterwerfen, unten wieder neu drauf, nur wegen dieses scheiß Inventory. Mich nervt nur, dass auf der App auf dem Telefon da eine Meldung kommt, wenn es da neue Meldungen gibt. Also, dass ich eine neue Errungenschaft erreicht habe bei diesen Dingern. Bei mir kommen die Meldungen nicht. Also eine Meldung kommt da nicht, aber ich habe dann diesen Bubble, dass da drei neue Meldungen sind, wenn ich einmal die App nicht habe. Ich nicht. Ich kriege gar nichts. Also auf meinem Mobiltelefon kriege ich überhaupt nichts. Ich habe die App glaube ich auch so eingestellt, dass der sich immer abmeldet, wenn ich die App schließe, damit ich nicht dauernd online bin bei Steam. Das habe ich, weiß ich nicht. Das nervt mich nämlich immer. Weil jetzt sehe ich gerade, dass der Tim online ist mit dem Handy. Jetzt habe ich sie aber auch gerade aufgemacht. Also wenn du jetzt gerade es siehst, dann geht das bei mir wieder aus, wenn ich die zumache. Dann gucke ich mal, wenn du gleich die App wieder zumach. Dann mache ich sie jetzt mal zu. Gibt es auch Freunde bei Gorg? Ja, weiß ich. Ich habe keine. Ich habe auch keine. Also wir sind alle bei Gorg, aber wir haben da keine Freunde. Habe ich auch noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Mal gucken. Das werden wir jetzt auch. Guck mal, ich habe mich eingelogt. So werden alle Preise von Euro in Franken umgeändert. Gorg funktioniert aber nicht in der Schweiz. Es gibt den Gorg Galaxy Client. Manche Leute sagen, das wäre totaler Quatsch. Das brauchen wir nicht. Ich benutze den aber trotzdem, weil es da nämlich automatische Updates gibt. Na, das ist so ein Client. Wie der Steam Client. Den brauchst du aber nicht. Sammelt deine Spiele und so weiter. Genau, den brauchst du aber eigentlich nicht. Du kannst sie einfach von der Webseite runterladen und installieren. Aber ich benutze trotzdem den Client. Wegen den Updates. Wie heißt der bei Gorg? Wie heißt der bei Gorg? Ich muss das testen. Ich habe mich schon seit einem halben Jahr nicht mehr eingeloggt. Sag mal. Ja, ich sag's dir, wenn ich weiß. Die Bart D. Die Bart D. Mein Galaxy Updated. Ich fand übrigens Frostpunk nicht gut. Ich überlege das zurückzugeben. Oh, ich fand das. Ich hatte damit viel Spaß. Das ist ja verrückt. Bist du besoffen oder sucht man hier denn Freunde? Ich habe das aber schon vermutet, bevor ich es ausprobiert habe. Aber wieso? Wie heißt du denn? Weil ich ein Optimierungsspieler bin bei solchen Städtebausimulationen und das was ganz anderes ist. Das dachte ich mir schon, weil ich nämlich den Vorgänger ja kenne, den ich gut fand. Aber ich komme nicht damit klar, dass bei so einer Städtebausimulation so ein ... Ich will da mehr Entscheidungsfreiheiten haben und ich weiß ja, dass bei dem Spiel immer schon alles schlecht ist und man kann wenig bauen. Das wäre sehr merkwürdig, wenn du in dem Spiel alles machen kannst. Die Ba-D zusammengeschrieben. Deswegen sage ich, das ist nichts für mich. Invite Send. Oh, ich habe einen Invite. Reed Thornton. Wer ist das denn? Da hatte ich wahrscheinlich gerade Mission vom Rollenspieler. Ich habe tatsächlich keine Freunde. Ja, wie heißt der denn? Wo sieht man das denn? Also bei mir steht das genau in der Mitte. In der Mitte steht bei mir GOG Galaxy 1254. Ach da unten. Hast du den kleinen geöffnet? Ich heiße Desidius. Wie in Steam. Desidius. Mit O-U-S. Hörst du in Steam? So heißt du doch nicht in Steam. Du heißt Pommes. Ja, in Steam kannst du einfach ein Nickname geben. Aber mein Login ist da auch Desidius. Nein, wie du das auch heißt. Aber ich glaube nicht, ich weiß aber nicht, ob man nach dem Login eingeht. Nein, ich sehe jetzt kein Desidius. Buchstabier das mal. Delta Sierra India, Delta India, Oscar Uniform Sierra. Okay, jetzt Buchstabier nochmal mit normalen Buchstaben. D-S-I-D-I-O-U-S. D-S-I-S-I-D-I-U-S. Sidius. D-I-O-U-S-I-U-S. Da ist er. Oh, ich habe Freunde. Okay, und jetzt noch Ben. Wie heißt du? Wie in Steam. Doji. Aber das O ist eine Null, weil das andere war schon vergeben. Oder du bist sehr jung und cool. Oder Prinz. Und tot. Mit dem großen D. Ja. Ach, Moment. Ich dachte ich. Du hast mich immer noch nicht gefunden. Mit dem Null habe ich nicht gefunden. D-Null-J-I-I. Ach so. Du hast eine Einladung. Stimmt gar nicht. Kann ich denn jetzt bei Phil gucken, wen er kennt? Nö. Vielleicht muss ich aktualisieren. Doch nicht. Freunde. Ihr habt doch alle keine Bilder. Ich habe wenigstens ein Bild. Ach. Ich brauche keine Bilder. Ich habe keine Einladung bekommen. Warum soll ich denn ein Bild haben, wenn ich keine Freunde habe? Doch. Du hast eine Einladung. Also irgendjemand mit dem Benutzernamen D-Null-J-I hat einen Invite bekommen. J-I-I mit zwei I am Ende. Jan. Aha. Du hast mich nicht gefunden. Bezeichnen. Fremden Menschen angesprochen, Phil. Ich bin auf Phil's Seite gegangen. Juhu, jetzt habe ich eine bekommen. Und als Freund einladen. Siehste, das wollte ich nämlich auch wissen, ob es das gibt. Wie bist du da hingekommen? Ich habe auf Phil geklickt. Okay. Das wäre schon cool, wenn ich da jetzt sagen könnte, D-Bar-Di ist jemand, unter dem ich diesen Namen auch merken kann. D-Bar-Di, angemeldet seit März 2019. Ha. Also das finde ich... Dieser Profilabschnitt ist privat. Das finde ich halt bei Steam gut, dass du jedem Namen nochmal einen eigenen Nickname geben kannst. So einen individuellen geben kannst, ja. Das mache ich nämlich auch. Ja. Oh. Das finde ich gut. Juhu, wir sind Freunde. Yay. Aber da wir bis jetzt noch niemanden verlinkt hatten, benutzen das vermutlich eh wenig Leute bei Google. Ich glaube, von Bundy hatte ich da immer so eine Anfrage, weil der... Ah nein, das war bei Uplay, weil der da einfach all seine Steam-Kontakte irgendwie importiert hat. Ach so. Das zum Beispiel. Uplay. Boah. Das habe ich nur, weil ich das für Spiele brauche, die ich bei Steam gekauft habe. Und das läuft dann halt immer im Hintergrund. Ja. Ich glaube, damit auch keine Probleme, weil der startet halt den... Er startet das Spiel auf Steam und dann läuft halt noch der Uplay-Launcher im Hintergrund. Aber... Ich habe auch überhaupt gar keine Probleme, Spiele auf vielen Plattformen zu kaufen. Das ist viel besser, als wenn man sich auf eine Plattform konzentriert. Nee, das habe ich nicht, aber ich finde es praktisch, dass du es über Steam trotzdem starten kannst und das dann von sich aus die andere Plattform. Das wusste ich gar nicht. Ja doch, aber ich finde Uplay an sich einfach grauenhaft. Ja, die Oberfläche ist zum Kotzen. Und dann gibt es noch das von EA oder was? Origin. Wie heißt das noch? Origin, genau. Ja. Ja, und jetzt gibt es doch noch Epic Games, so wie das heißt. Ach so, und von Battle... Nee, Blizzard. Battle.net. Ah ja, Blizzard. Ja, Battle.net habe ich auch noch. Okay, ich habe Battle.net, Steam und jetzt GOG. Das reicht. Nein. Nein. Ich habe jetzt, ich habe jetzt Battlefield 5. Nein. Ich habe immer noch nicht das Battlefield gespielte, das ich wegen dir irgendwann auf Origin gekauft habe. Battlefield 1. Wahrscheinlich. Ja, wenn du das mal spielen willst, spiele ich mit. So, jetzt steht hier... Aber du willst das ja bestimmt nicht im Multiplayer spielen. Ach doch, mit Menschen, die ich kenne, spiele ich ja zusammen. Ja, dann sag mal frei. Und nicht mit Menschen, die ich nicht kenne. Ich glaube, ich muss es nur hast wieder... Oh, melde dich an, ich habe keine Ahnung, wie meine Account... Ich kann es nicht. Also, heute nicht. Nee, heute nicht. Hat jemand von euch AER schon mal gespielt? Was ist das denn? Was? Dieses Spiel auf GOG. AER? Nein, bei mir kam jetzt... Weißt du, ich gehe auf mein Profil und dann steht da keine Spiele. Hier geht es zu den Spielen. Ich muss ja unbedingt ein Spiel kaufen. Das geht ja so nicht. Deine Spiele... Mit 15% Rabatt? AER. Warum kaufst du dir denn dann nicht über die Rocket Beans-Seite... Timberbrook, oder wie das heißt? Rüberbrook. Timberbrook. Ich habe jetzt an Timberweed-Park gedacht. Timberweed. Rocket Beans. Dungeon Keeper habe ich mir gekauft, habe es eine Stunde gespielt und dann... Oh mein Gott, die haben Dungeon Keeper? Ich habe es so gereicht. Oh mein Gott, ja. Die haben die ganze Zeit... Ja, die haben die... Ja, genau. Oh, wie... Oh, geil. Ja, ja, warte. Ich bin gespannt, ob du länger als eine Stunde spielst. Funktioniert das noch, oder... Es funktioniert super. Es ist halt anstrengend. Dungeon Keeper Gold und Dungeon Keeper 2. Dungeon Keeper, also das Erste, was hier mit Gold ist, das habe ich früher bis zum Verrecken gespielt. Das hat mir so Spaß gemacht. Aber wie eben jetzt... Ich habe Angst, das jetzt zu spielen und zu merken, es ist nicht so gut gealtert. Das sieht doch echt schlecht aus, wenn man sich die Screenshots anguckt, muss man sagen. Ja, natürlich. Aber es war einfach... Ach genau, weil das diesen Modus hatte von First-Person-Perspektive, gell? Ja, du konntest dich halt rein teleportieren in deine Geschöpfe. Und dann auch eben kämpfen wirklich. Das war so gut. Kann sein, dass die regelmäßig irgendwelche Spiele einfach verschenken, weil ich habe hier Spiele in meinem Account. Die habe ich noch nie gehört. Call of Thulu. Thulu. Wer? Thulu. Wer? Call of Thulu. Ist das gut? Vielleicht hast du die auch einfach gekauft, ohne es zu... Das habe ich schon. Nein. Kein Drag... Doch, ich habe auch Dragons 4. Okay, ich glaube es dir. Und Tyrion 2000. Ja. Teen Agent. Sieht so aus. Als wären die... Ja. Oh mein Gott. Das ist wie Apple, dass der einfach YouTube... Genau. ... in den Account packt. Das war YouTube, genau. Großer Skandal. Hab sogar ich mitbekommen. Aber nicht bekommen. Oh, Empire Earth. Nein, mitbekommen. Ich habe auch noch... Ich habe mir ja auch letztens... Broken Sword gekauft. Das habe ich nämlich auch noch nie gespielt gehabt. Okay. Habe ich auch wegen dem... Stay Forever Podcast gekauft. Und aber auch noch nicht durchgespielt. Hat einer von euch schon in... Love, Death & Robots reingeguckt? Nein. Ja. Die ersten drei Folgen habe ich schon gesehen. Hätte sagen müssen, weiß nicht. Eine Netflix-Serie? Ja, mit so... Animierten... Kurzgeschichten. Ne. Nohnt sich auf jeden Fall. Ich habe aber... Ich glaube, das war schon im Herbst. Ich habe diesen Netflix-Western-Film geguckt. Mit diesen mehreren Episoden. Den fand ich ganz gut. Ja. Ballad of Buster's Crux. Fand ich sehr unterschiedlich. Ja, das war auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die hier mit Liam Neeson fand ich gar nicht gut. Ich auch nicht. Die mit dem Goldgräber war gut. Das war super, weil das ist Tom Waits. Wusstest du das? Nein. Das ist Tom Waits? Echt? Ja. Das habe ich auch erst hinterher rausgefunden im Abband. Aber es war eine gute Geschichte und es sah mega aus. Und wenn man es weiß, dann weiß man auch... Dann erkennt man auch Tom Waits direkt. Genau. Aber ich habe es vorher auch nicht erkannt. Das fand ich aber auch die beste. Und die erste war lustig. Die erste war auch gut. Und die letzte, diese gruselige, war auch gut. Ja. Das war doch hier, der ist doch auch bekannt. Das war doch der Vater vom Donald Gleason. Ja. Brandon. Genau. Brandon Gleason. Ich denke schon die ganze Zeit, ihr lasst mich nicht ausreden, weil ich ausdauer. Da habe ich auch gesehen, aber ich bin auch gut. Ich muss immer einklinken ins Gespräch. Sehr schön. Heute sind die aber unhöht. Warst du gemutet oder was? Ja, ich war gemutet. Jetzt knackst du. Toll. Dann sag doch nochmal. Ja, rate doch. Mir ging es genauso wie euch. Aber ich habe ihn neulich mal ganz zu Ende geguckt. Weil ich irgendwann so die nach dem Goldgräber, die mit dem Mädel und dem Hund, die in den Westen gehen, da habe ich immer gemerkt. Die fand ich eigentlich auch noch ganz gut. Ja. Die habe ich neulich zu Ende geguckt. Ich war so übersättigt irgendwie. Da habe ich eine Pause gemacht und bisher neulich weitergemacht. Weil das ist ja das Gute an dem Film. Du kannst pausieren. Aber hast du Tom Waits erkannt? Nee. Tja. Also der Banküberfall und das mit dem Schauspieler war auf jeden Fall nix. Den Banküberfall fand ich aber, diesen Bankier fand ich lustig. Ja. Mit dem Pfannen. Ja. Aber genau. Mit dem Schauspieler fand ich ja auch. Also ich fand das lustig mit dem, also die Banküberfall-Episode mit was für einer Lethargie. Und ist ja auch scheißegal. Der Typ einfach nach dem Bankier immer von Tod zu Tod zu Tod fällt, bis er eben wirklich stirbt. Aber gut, dass wir uns bei der Goldgräber-Folge einig sind. Ja, die ist echt gut. Ja. Und so scheint diese Serie jetzt bei Netflix auch zu sein, dass sie voll unterschiedlich ist. Wie hieß die nochmal? Love, Death and Robots. Okay. Ich denke, ja, Ben kann da ja schon mehr zu sagen. Aber das scheint immer so irgendwie irgendwas zwischen fünf und zehnminütigen Geschichten zu sein. Ja, ne, die gehen schon ein bisschen länger teilweise. Aber die sind halt alle wirklich komplett abgeschlossen. Da hat keine irgendwas mit der anderen zu tun. Und die sind ziemlich gut gemacht, muss man sagen. So, ich glaube, ich mache mich jetzt so langsam mal auf ins Bett. Beat? In's Beat? In's Beat. In's Beat. Wo ist denn hier Schleck? Schleck. Schleck.com. Da. Jetzt erkennt ihr bestimmt Tom Waits. Vielleicht, wenn er redet. Dann bestimmt. Wenn er blutet, erkenne ich ihn. Ja, dann schlaf gut, Jan. Mach ich. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Jo, tschüss. Bye, bye.